Respektier uns, denn ohne die Bauern als Fundament der Gesellschaft würdest du hungern. Der Preis für Land hat sich von 2006 bis 2020 fast verdreifacht. Sklavenähnliche Zustände unter den Menschen, die da herrschten, und das sind ganz übliche Praktiken auf dem Land mit diesen Zeitarbeitern. Die anarchistische Bewegung, aber auch die radikale Linke generell es schafft, überhaupt wieder Zugang zu diesen Bauernprotesten zu finden und sich auch nicht davor scheut. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast. Wer durch das ländliche Deutschland fährt, der kann sehen, was in den Schlagzeilen von den großen Medien und den landwirtschaftlichen Journalen beklagt wird. Leerstehende Bauernhäuser, grüne Kreuze im Protest und die Geschichten alter Familienbetriebe, die aufgegeben und eingegliedert als Ackerfläche die Profite der Agrarunternehmer und Großbauern sichern. Auf dem ehemals über Generationen weitergegebenen Acker hängt an Fehlen ein längst ausgeblichenes Banner, das die Bauern als Fundament und Ernährer der Nation beschwört. Doch das war nicht immer so. Lange Zeit waren die Bauern tatsächlich das Fundament, die alles überragende Masse der deutschen Bevölkerung. Durch Frohendienste, Abgaben und Unterjochung lange in ein kurzes, kerkliches Leben, das eher im langwierigen Tod glich gezwungen. Doch immer wieder gab es Luft zum Atmen, um dem Muff der feudalen Fäulnis ein wenig Wohlstand und Freiheit abzuringen. Nicht zuletzt durch den mutigen, monumentalen Widerstand in etlichen kleinen Aufständen und schließlich in einer der größten Erhebungen der vormodernen Zeit, dem großen deutschen Bauernkrieg, mit seinem Versuch, ein Königreich der Bauern auf den Äckern zwischen Rhein und Elbe zu errichten. Doch heute scheint diese glorreiche Vergangenheit fast vergessen, wenn Bauernproteste nicht mehr revolutionär, sondern eher reaktionär erscheinen. Nicht mehr für Landreform zugunsten der kleinen Bauern, sondern einem Beibehalten der Bevorzugung der Großgrundbesitzer protestiert wird. Und das Land nicht mehr Liebe durch den Rest des Landes erfährt, sondern zu einer grotesken Lachnummer wird. Denn in den Augen vieler steht der Bauer da, in den Ausscheidungen seines Nutzviehs. Rückständig, reaktionär, grausam zu Flora und Fauna, ein Relikt aus anderen Tagen. Seine Bedenken und Bedürfnisse unverständlich und widersprüchlich zu dem Wunsch, weniger für Milch und Möhre zu zahlen. Kein Erfolg in der Ökonomie oder bei den Frauen, musikalische Ideologie gegossen im One-Hit-Wonder. Ich bin der Farmer. Ich bin ne Farmer, bin gegeboren auf dem Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau. Ich tue, was ich kann und und Daddy ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau. Ich bin ne Farmer, bin gegeboren auf dem Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau. Ich tue, was ich kann und und Daddy ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau. Oder über inzwischen zwölf Staffeln Bauer sucht Frau. Mit viel Kitsch und Rosenkrieg in die kollektive Kognition der Nation gebrannt. Doch dem einen oder anderen wird bei Landluft, Liebe und dem gemächlichen Gang der Dinge ganz warm ums Herz. Und beim Urlaub auf dem Jungbauernhof ist es dann geschehen. Nur ein liebevolles Mu reicht und man weiß, man gehört dazu. Man gehört dahin, zwischen Wälder, Wiesen und Felder. Und auch immer mehr Menschen, die für Klimagerechtigkeit und eine nachhaltige Zukunft auf die Straße gehen, sehen, dass viele Bauern auch abseits der eingetretenen Pfade von konservativer Politik und konventioneller Landwirtschaft mitkämpfen. Wo stehen sie also, die deutschen Bauern? Gibt es ihn eigentlich noch, den Familienbetrieb, der von Generation zu Generation im Einklang mit Natur, Tier und Land lebt? Oder ist er längst ein unwichtiges Überbleibsel mit einer Schonfrist von ein paar Jahren, bis er vom internationalen Agrarriesen geschluckt wird? Warum ist die Landfrage auch in dem Industrie- und Dienstleistungsland Deutschland heute noch zentral für die Bauern? Und was hat die EU damit zu tun? Wie ist der deutsche Bauer dahin gekommen, wo er heute steht? Durch seine Kämpfe, Niederlagen, große und kleine Revolution. Und warum dürfen wir diese Geschichte auch als Teil unserer revolutionären deutschen Geschichte nicht vergessen? Wer sind wirklich seine Freunde und Feinde? Kann die Haltung der radikalen Linken wirklich mit dem Demo-Spruch, Knie nieder, du Bauer, die Antifa ist sauer, zusammengefasst werden? Oder gibt es durch Klimabewegung und solidarische Landwirtschaft eine echte revolutionäre Perspektive von links? Und sind nicht vielleicht seine vermeintlichen Freunde von rechts die wirklichen Wölfe im Schafpelz? Die nur abwarten, sie auf ihren Speiseplan ihrer Profitsteigerung zu setzen. Das alles und noch viel mehr besprechen wir in unserer 113. Folge über deutsche Bauern. Ja, da haben wir uns heute ja wirklich mal ein spannendes Thema ausgesucht, welches nicht wirklich unmittelbar mit unserer eigenen Lebensrealität zusammenhängt, weil wir ja beide in der Stadt wohnen und auch von unserer Kindheit an allerhöchstens kleinstädtische Erfahrungen hatten. Also niemand von uns ist jetzt auf dem Land groß geworden. Und sicherlich war es auch eine Folge, die dann mit viel Recherche verbunden war, weil es ein Thema ist, in dem wir nicht einfach so drinstecken. Gerade deswegen ist es auch besonders spannend, sich damit nochmal auseinanderzusetzen, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr, sehr viele Menschen, denen es da ähnlich geht. Und einen wirklich ernsthaften, unvoreingenommenen Blick auf die Situation der Bauernschaft zu geben, ist doch eine wirklich wichtige Aufgabe unserer Zeit. Einsteigen wollen wir aber mal ganz locker und dann auch trotzdem ein bisschen darüber sprechen, was sind denn so unsere Verbindungen zur Landwirtschaft, weil natürlich hat so gut wie jeder Mensch irgendeine Verbindung zur Landwirtschaft, selbst wenn man in einer Großstadt aufwächst. Kennt man ja zumindest mal irgendwie Bauern oder ist mal im Urlaub irgendwo auf dem Land oder was weiß ich. Wie war das denn bei dir, Joshua? Kanntest du Bauern? Bist du selber mal irgendwie, hast du einen längeren Landurlaub gehabt oder was? Nee, ich hatte keinen längeren Landurlaub. Ich habe mal, ich glaube, das nennt sich ja Mutter-Kind-Kur. Das habe ich mal mit meiner Mama zusammen in Bayern gemacht, wo ja Landwirtschaft auch noch eine etwas größere Rolle spielt. Und da war das dann so, dass man dann Besuch beispielsweise bei einem Bauernhof mal gemacht hat. Das war auch so, dass morgens, das weiß ich noch immer, nach dem Frühstück, das, was die Kinder nicht aufgegessen haben, in so einen Eimer gemacht wird. Das war in der Schweinereimer und dann kam auch irgendwann mal der Landwirt und dann konnten wir uns die Schweine angucken. Sowas gab es halt. Also familiär war es so, dass meine Oma mit der Kinderlandverschickung aus Bochum dann eben in die Nähe von Paderborn verschickt wurde. Das war ja damals, als dann der Krieg auch in die deutschen Großstädte kam, so ein Projekt, um dann eben die Kinder aufs Land zu schaffen, damit sie den Bomben und dem Krieg entgehen. Bei der war das auch so, dass sie dann auf den Bauernhof kam. Und was viel damals auch gemacht wurde, so hat sie mir das auf jeden Fall erzählt, dass die Kinder dann auch genommen wurden, um als billige Arbeitskräfte dann eben auf dem Hof mitzuhelfen und häufig dann auch sehr, sehr schlecht behandelt wurden. Also nicht so viel Solidarität innerhalb des deutschen Volkes. Ansonsten kann ich mich fast gar nicht daran erinnern. Es gab in der Zeit, wo ich dann noch im Münsterland gelebt habe, weiß ich noch einen Bauern bei uns damals in der Stufe. Aber das ist auch das Einzige. Sonst habe ich wirklich sehr wenig direkte Erfahrungen damit gemacht. Wie war es bei dir? Wir haben häufiger mal über die Jahre in meiner Kindheit und Jugend so auf dem Bauernhof Urlaub gemacht. Also das ist ja eigentlich auch eine total schöne Sache für Kinder, auf dem Bauernhof zumindest mal Urlaub zu machen, weil da sind halt viele Tiere und dann in der Natur und so weiter. Und ich habe dann eigentlich immer so eine positive Assoziation damit, so von der Kindheit her. Da war zum Beispiel auch bei einer Geburt von einem Lämmlein mal dabei in einem Urlaub in Niederlanden. Das habe ich noch als sehr prägsame Erinnerung, wie halt wirklich dieses kleine Lämmlein, das ist halt ja trotzdem noch, ist ja schon riesig dann, so aus der Mama dann rauskommt. Das ist halt echt abgefahren. Ich musste auch gerade noch mal daran denken, weil ich gesagt habe, oh cool, aber ich erinnere mich jetzt gerade auch an so ein Video, was ich mal irgendwo in so einer Doku davon gesehen habe und ich dachte mir, es sieht echt nicht schön aus. Und dann habe ich ja auch mal eine Zeit lang ein paar Monate auf einer Landkommune gelebt, auch mit vielen Tieren, wo es dann zum Beispiel auch eine Mosterei gab, also sie jetzt keine eigene Landwirtschaft betrieben haben, aber unterschiedliche Betriebe dort geführt haben und wo dann eben Leute aus der Umgebung auch ihre Früchte dann zu Saft verarbeiten konnten und so. Und das war natürlich auch so ein kleiner Einblick auf Landleben. Allerdings wird schon aus unseren Erzählungen ja so ein bisschen deutlich, ja, wir sind diese Städter, wir haben wenig Bezugpunkte dazu. Deswegen, falls jetzt zahlreiche Bauern und Bäuerinnen diese Folge hören sollten, gebt uns trotzdem eine Chance. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Folge heute und selbst wenn wir nicht vom Land kommen, gibt es da einige Spannendes von uns zu sagen. Und wir beginnen damit, dass ich euch erstmal die Struktur vorstelle, über die wir heute sprechen werden. Zuerst werden wir auf die Geschichte der deutschen Bauern eingehen und beginnen da mit dem 15. Jahrhundert, wie sah es damals auf dem Land aus. Wir haben jetzt bewusst gesagt, dass wir im 15. Jahrhundert beginnen und nicht schon viel, viel früher, weil natürlich könnte man die Geschichte des deutschen Bauern noch viel früher erzählen mit dem Beginn der Landwirtschaft an sich, aber diese Geschichte ist auch einfach viel zu umfangreich, um sie in aller Fülle zu behandeln. Deswegen haben wir uns da auf die Kämpfe der Bauernschaft fokussiert. Und dementsprechend starten wir damit, über die Vorläufer der Bauernkriege zu sprechen. Dann sprechen wir auch anschließend über die deutschen Bauernkriege, reden dann über das Nach den großen Aufständen, um dann wegzukommen von der Geschichte und über Landwirtschaft heute zu sprechen. Im Anschluss daran werden wir dann über die Probleme sprechen, die sich die Bauernschaft heutzutage gegenüber sieht, reden dann über den Kulturkampf, wie die Bauern heutzutage gesehen werden, die Unterschiede zwischen Stadt und Land, um dann auf die Bauernproteste einzugehen und schlussendlich mit revolutionärer Bauernpolitik die Folge zu beenden. Gut, dann würde ich sagen, lass uns in die Geschichte der deutschen Bauernschaft eintauchen. Ja, und da muss man sich natürlich erst mal fragen, wie sah es eigentlich im 15. Jahrhundert auf dem Land aus? Weil, wie du schon gesagt hast, wir sprechen natürlich über diese großen Aufstände. Man hat ja auch immer so ein ungefähres Bild davon, wie es einem Bauern ging, was ich auch eingangs in der Einleitung schon ein bisschen gesagt habe. Okay, es ist ein extrem kerkliches und sehr schnell mit dem Tod endendes Leben. Aber tatsächlich muss man auch sagen, es gab einfach auch Unterschiede in der Zeit, wie es den Bauern jeweils ging. Es hat sowohl, sagen wir mal, eher natürliche Ursachen, aber auch sehr viel mit der damaligen religiösen, politischen, sozialen Situation zu tun. Paradoxerweise, wenn wir jetzt über die großen Aufstände sprechen, müssen wir auch erst mal sagen, dass es bis zum 14. Jahrhundert einen steigenden Lebensstandard der deutschen Bauern gab. Woran lag das? Es gab technologische Entwicklungen, die die Produktivität erhöht haben. Es ist beispielsweise einmal sehr wichtig, die Dreifelderwirtschaft mit dem zyklischen Anbau von verschiedenen Getreiden, Gemüsen und dem Brach liegen lassen. Das war eben eine Innovation gegenüber der damals sehr populären Zweifelderwirtschaft oder dem Brandrodungsfeldbau. Gleichzeitig wurden auch in der Pflugtechnik Fortschritte gemacht und es wurden tiefergehende Pflüge konstruiert. Das hatte eben mehr Wohlstand, Nahrungssicherheit und Bevölkerungswachstum zufolge. Das finde ich auch ganz spannend, das sieht man auch immer ganz gut in dem hohen Fleischkonsum zu der Zeit. Also es gibt natürlich auch Gründe, wie wird jetzt mehr auf Viehwirtschaft umgestellt, wie viel Fleisch wurde in den Städten produziert, aber es gibt auch viele Forschungen, die eben sagen, dass im Spätmittelalter es zu dem höchsten Fleischkonsum jemals eigentlich, ich glaube sogar tatsächlich noch höher oder auf einem ähnlichen Niveau wie heute kam, und der danach erstmal kontinuierlich gesunken ist. Gleichzeitig, was auch für die deutschen Bauern dann relevant war, es war eigentlich noch in Deutschland so, dass ein sehr, sehr großer Teil stark bewaldet war. Was dann eben gemacht wurde mit diesem Bevölkerungsüberschuss, ist zum einen, dass viele vorherige Waldgebiete gerodet, abgeholzt wurden und dort dann auch eben der Landwirtschaft zugeführt wurden. Es ist aber auch gleichzeitig eine Expansion, eine kritische Expansion, in die vorher baltoslawischen oder estnischen Ostgebiete gab, von denen einige dann auch noch von polytheistischen Stämmen besiedelt wurden. Das war ja auch damals so, dass es dann eben diese Kreuzzüge gegen die baltischen Völker gab, gegen die Esten, die eben dadurch dann auch begründet wurden, dass man eben gesagt hat, hier handelt es sich noch um eine heidnische Bevölkerung und wir müssen die christianisieren. Hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass es eben diesen Bevölkerungsüberschuss gab und viele deutsche Siedler dann eben in diese Gebiete gingen. Und diese Erhöhung von Produktivität, von Nahrungsproduktion, führte natürlich auch zu einem Überschuss. Das muss man sich ja auch so vorstellen, es war ganz lange gang und gäbe, dass die Bauern sich nur sehr schwer selber versorgen konnten. Jetzt war die Selbstversorgung gesichert und es kam sogar häufig zu einer Überschussproduktion, die dann durch die Ausweitung von Geldnutzung und Verstädterung auch in die Städte verkauft werden konnten. Das heißt, es kam auch zu einer viel größeren Zirkulierung von den Münzen und auch wieder zu einem Anwachsen des Wohlstandes der Bauern. Das Ganze geht dann auch einher mit einem Rückzug der Herren aus dem alltäglichen Leben und damit auch mehr Freiheit der Bauern. Also es war wirklich so, dass viel weniger direkt Gewalt durchgesetzt werden musste, um die Abgaben zu sichern und die Herren immer mehr eigentlich sich auf ihre Residenzen, Paläste, die Städte zurückgezogen haben und dort dann ihr Leben gelebt haben auf Kosten der Bauern. Schließlich kam es dann zu einer Stagnation des Wachstums. Das hatte einmal damit zu tun, dass nicht mehr weiter in bewaldete Gebiete expandiert werden konnte, aber auch, dass irgendwann die Siedlungsbewegungen gen Osten abgeschlossen waren. Dann kam es zur Pest. Ja, die Pest war katastrophal für die europäische Bevölkerung. Ein Drittel eben dieser und in vielen Städten die Hälfte der Bevölkerung starben. Die Absatzmärkte für die Bauernschaft brachen entsprechend ein, aber die Bauern hatten eben Vorteile gegenüber der Stadtbevölkerung, weil sie sich selber versorgen konnten. Die Grundherren wiederum hatten dadurch aber weniger Einkommen in Münzen und versuchten wieder eine direkte Kontrolle über die Bauern zu verlangen. Die Wiedereinführung bzw. Ausweitung der Frohendienste wäre hier zu nennen. Die Bauern haben in Anbetracht der Pest teilweise selber bessere Zeiten erlebt, aber gerade auch in Erinnerung der eigenen Vorfahren gab es Zeiten mit deutlich mehr Wohlstand. Genau dieser wieder stärkere Zugriff auf die Bauern, diese Versuche der Grundherren wieder mehr Kontrolle über diese zu erlangen, führten dann auch zu den ersten größeren Bauernkämpfen. Ja, und da beginnen wir mit einer geschichtlich recht interessanten Person, die im Zentrum einer Bewegung stand, die häufig so als der erste Vorläufer der Bauernkriege angesehen wird. Und das ist nämlich Hans Böhm, auch bekannt als der Pauker von Niklashausen oder das Pfeiferhenslein. Der stammt eben aus dem heutigen Landkreis Würzburg und war dort früh als Viehhirte tätig und kam dadurch mit den Bauern und Bürgern unterschiedlicher Städte in Kontakt. Gleichzeitig muss man auch sagen, er war Waisenkind und hier ist es ganz interessant, seine Familie stammt nämlich, wie man am Nachnamen schon erkennt, vermutlich aus Böhm. Und das war eben so, dass damals viele aus dem heutigen Böhm im Anschluss an die Hossitenkriege nach Süddeutschland und in viele andere Länder des Heiligen Römischen Reiches geflohen sind. Am Anfang des 15. Jahrhundert kam es dort nämlich vor Luther und anderen Reformatoren zu breiten und erfolgreichen antikatholischen Aufständen mit frühprotestantischen und teilweise auch sehr radikalen sozialen Forderungen. Die wurden dann aber auch nach und nach zuerst befriedet, aber auch militärisch und durch ausgerufene Kreuzzüge niedergeschlagen, vor allem die radikalsten Fraktionen. Das muss man dann sich auch so vorstellen, nicht nur gab es viele Leute, die diese Hossitenkriege dann auch selber erlebt haben und geflohen waren, dort dann aber auch am unteren Ende der sozialen Leiter standen, sondern auch, dass diese Hossitenkriege im Bewusstsein der deutschen Bauernschaft waren und damit auch gezeigt haben, was eigentlich möglich war an Aufständen gegen die vorherigen Herren. Er selber, daher kommen auch die Namen, machte gerne Musik in den Schenken, die er besuchte, spielte die Pauke, eine Trommel oder wie später behauptet wurde, die Sackpfeife. Ja, und hierbei ist interessant, dass dies nicht nur ein volkstümlicher Name war, sondern der wurde tatsächlich von den damaligen Schriftstellern als Name genutzt, um ihn als Narren und unmoralischen Lebemann zu brandmarken und seine religiösen und politischen Überzeugungen ins Lächerliche zu ziehen. Das werden wir nämlich auch nochmal am Ende von seiner Geschichte sehen. Und wo es jetzt wirklich relevant für die deutsche Bauernschaft wird, ist da, wo er 1476 beginnt nach einer Marienerscheinung, beziehungsweise, das ist dann was, was er später unter Folter gestand, und man weiß eben viele Sachen auch nicht so genau, nach den Gesprächen mit einem Geistlichen fängt er nämlich mit Predigten an. Und die enthielten apokalyptische Vorstellungen wie ein jüngstes Gericht für die Adligen und den verkommenen Klerus, aber auch konkrete politische Forderungen für die Erschaffung eines himmlischen Königreichs auf Erden. Das sind tatsächlich auch sehr radikale Sachen, die er in seinen Predigten dann gefordert hat. Es ging um eine Abschaffung der Stände, Ländereien sollten in Gemeineigentum übergehen, und es sollte keine Abgaben mehr geben und soziale Hilfe für die, die nicht arbeiten können. Das ist wirklich für die damalige Zeit ein extrem radikales Programm gewesen. Diese Predigten hielt er dann eben vom Kirchlein in Niklashausen ab. Das war ein schon seit 100 Jahren bestehender Pilgerort zur Marienverehrung, deswegen passte das auch zuerst eigentlich ganz gut mit den Erscheinungen, die er da hatte. Was dann aber dem katholischen Klerus nach und nach ziemlich sauer aufstoß, da kann man noch mal einmal kurz anmerken, das Land Würzburg wurde damals auch von einem sogenannten Bischofsfürsten regiert, das heißt, das war ein Fürst, der gleichzeitig auch Bischof war. Es war dann nämlich so, er verbrannte in der ersten Predigt seine Pauke und forderte andere auf, als Sühne für die Sünden ebenfalls ein geschätztes Stück zu verbrennen. Schnell wurde er unfassbar beliebt und die zuerst hingenommene Belebung des kleinen Wallfahrtsort, wo man sich gesagt hat, ach, ist ja schön, dass jemand vor Ort eben diese Tradition so aufleben lässt, artete dann mit tausenden Besuchern aus, die seiner Predigt lauschen wollten. Es wurden dann Spitzel, Priester geschickt, um ihn in Debatten als Scharlatan darzustellen. Tatsächlich ist es so, dass er wohl mit Hilfe eines bekannten Mönches und Facts and Logic und guten theologischen Argumenten diese dann wohl argumentativ zerlegt hat. Bei Adelklerus und den Städtern wurde dann eben dieses Schreckensgespenst eines Bauernaufstandes verbreitet. Die Marienwahlfahrt nach Niklashausen schließlich verboten und Böhm dann auch mit der Hilfe der Spitzel und der unbekannte Mönch, der ihm beigestanden hat, von den bischöflichen Truppen verhaftet. Ja, und in dem fürstbischöflichen Würzburger Schloss, tatsächlich das heute noch stehende Schloss Marienberg, wurde er dann festgehalten. Seine tausenden Anhänger, die erfuhren davon und zogen in einem religiösen Protestmarsch nach Würzburg, um zu erfahren, was mit Böhm passiert ist. Während zuerst die Bauern dann aus Protest ausharren wollten, bis Böhm freigelassen wird, konnten die Stadtregierungen den Protest beruhigen, indem sie sich zum Gespräch auch mit Böhm bereit zeigten und die Menge löste sich langsam auf. Und was dann passiert, ist wirklich drastisch. Es kam daraufhin dann zu einem Massaker, an der sich zerstreuenden und fliehenden Masse. Durch die Kanonen der Stadtmauer und die bischöflichen Reiter wurden dann zahllose Bauern massakriert und es wurde auch versucht, die vermeintlichen Anführer der Protestbewegung festzunehmen. Aber tatsächlich war es eher ein wahlloses Morden. Böhm selber wurde dann auch auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Leider, das muss man sagen, seine sozialreligiösen Ansichten größtenteils vergessen. Es wurde sich weder in Politik noch in Theologie der Bauernkriege irgendwie auf ihn berufen. Und das ist nämlich besonders schade, weil es tatsächlich dem katholischen Klerus damals gelungen ist, durch seine Darstellung als Narren, ihn größtenteils aus dem geschichtlichen Bewusstsein zu tilgen. Der Aufstand in Würzburg zeigt, denke ich, auch zwei Aspekte. Erstens die starke Verbindung sozialrevolutionärer Politik und religiösen Erneuerungsbewegung gegen die katholische Kirche. Und zweitens die häufig spontane Erhebung aufgrund fehlender Organisation. Ja, umso wichtiger, dass wir das Ganze jetzt hier auch nochmal erwähnt haben und als Vorläuferbewegung zu den eigentlichen Bauernkriegen hervorheben, um es auch nicht in Vergessenheit geraden zu lassen. Und dementsprechend, das zeigt sich dann ja auch, dass es überhaupt jetzt noch bekannt ist und behandelt werden kann, dass es ja nicht ganz umsonst war, selbst wenn es zu der Zeit damals gelungen ist, das erstmal verstummen zu lassen. Ja, das bringt uns auch zu der Bundschuhbewegung. Vom Ende des 15. Jahrhunderts bis zu den Deutschen Bauernkriegen formierten sich unter der Fahne des Bundschuhs mehrere deutsche Bauernverschwörungen. Der Bundschuh, das habt ihr auch vielleicht schon mal gehört, ist auch ein bisschen bekannter im Kontext der Bauernkriege, war ein Lederschuh mit langen Riemen, der gebunden wurde und als Identifikationssymbol der Bauern untereinander angesehen war. Auch vermutlich im Gegensatz zu den Ritterstiefeln soll er eine Welt in Aufruhr zeigen, die auf den Kopf gestellt wird. In verschiedenen Städten Süddeutschland kam es in diesem Kontext zu unabhängigen Mobilisierung mit ganz unterschiedlichen Forderungen von der Abschaffung bestimmter Steuern und Abgaben über lokale Rechtssysteme, die Einführung religiöser Reformen bis hin zur Vertreibung der örtlichen Juden. Generell teilten sie aber alle eine Perspektive gegen Leib-Eigenschaft und Widerstand gegen die Ständeordnung. Auch wenn alle Aufstände niedergeschlagen werden konnten, zeigt sich hier eine koordinierte und organisierte politische Praxis, die auch als eine Wurzel der Bauernkriege gesehen wird. Und gleichzeitig an dem Beispiel der Verfolgung der Juden sehen wir aber natürlich auch, dass die Bauernaufstände logischerweise aus heutiger Perspektive auch kritisch reflektiert werden müssen und eingeordnet werden müssen und dass man das nicht einfach blindlings sagt, ja, das sind hier irgendwie unsere groben Vorkämpfenden und das war alles super. Absolut und damit kommen wir dann auch zum armen Konrad. Offene Aufstände wie beim Bundschuh gab es dann auch eben bei dieser Bewegung Armer Konrad, das ist nicht eine einzelne Person, sondern das war eben auch diese Bezeichnung für diese Bewegung Armer Konrad oder Armer Kunst. Das ist tatsächlich ganz interessant, das war ein Bündnis von Bauern und der städtischen Unterschicht gegen das Bündnis des hochverschuldeten Herzogs Ulrich und der städtischen Elite, welche ihm Kredite für Kriege und das luxuriöse Hofleben bereitstellen sollten. Weil das muss man auch sagen, in der Zeit der Verstädterung gab es eben auch einen Machtverlust des örtlichen Adels, vor allem des niederen Adels, aber auch zu einem gewissen Grad vieler höherer Adeliger, die immer wieder abhängiger von den Krediten, von den Geldgebern aus der Stadt wurden. Genau daraus entstand dann ein immens hoher Steuerdruck in Kombination mit hohen Lebensmittelpreisen. Und hierbei muss man noch dazu sagen, wo eben diese Bewegung dann auch entsprungen ist, nämlich unter der Herrschaft von Herzog Ulrich, da kommt eben noch hinzu, dass es ein hemmungslos, asoziales Verhalten seitens des Adels gegenüber den Bauern in dieser Region gab. Das war natürlich oft so, aber hier war es eben nochmal besonders verstärkt, beispielsweise bei Jagden und aufgrund des vielfach angesiedelten Jagdviehs kam es dann zu einer massiven Zerstörung von den Äckern beispielsweise. Ja, es kam in mehreren Städten zu militanten Aufständen, die inhaltlich geführt waren von verschiedenen revolutionären Intellektuellen, die vor allem theologisch geschulter, als die Bauern selbst waren. Der Herzog war anders als in anderen Beispielen zu hoch verschuldet, um Söldner für die Niederschlagung einkaufen zu können und somit versuchte er einen Vertrag zu seinen Gunsten zu erwirken, also er ist einfach eingegangen auf die Forderung der Aufständischen. So kam es dann auch zu dem Tübinger Vertrag. Dieser schaffte Mitspracherechte für die Bauern und die Unterschicht sorgte aber gleichzeitig auch dafür, dass es eine Schuldenübernahme durch diese gab und machte so wiederum den Herzog erneut zahlungsfähig und der Herzog setzte gleichzeitig für den Landfriedensbruch also aufhörerische Zusammenkünfte die Todesstrafe fest. Durch diesen Vertrag, der eigentlich erst mal ein Erfolg der Aufständischen an und für sich ist, auch wenn das natürlich dann eine Form von sozialdemokratischer Lösung ist, wo man sich dann halt im Prinzip mit dem Herren halt einlässt, konnte der Herzog durch die erneut gewonnene Zahlungsfähigkeit dann wieder Söldner rekrutieren, um dann halt dann auch diese Bewegung niederzuschlagen und sich die Verfolgung von eben dieser zu erkaufen. Er nutzte dann die neuen Rechte, die er auch durch diesen Vertrag erlangt hatte, um zu foltern, einzu kerkern und hinzurichten. Ja, im Angesicht dieser herben Niederlage muss man dann sagen, glücklicherweise sollte der Frieden in seinem Herzogtum nicht lange Bestand haben, denn von 1524 bis 1525 kam es hier, in seinem Herzogtum und in vielen weiteren Teilen Süddeutschlands und Ostdeutschlands zum größten europäischen Aufstand vor der Französischen Revolution, im Großen Deutschen Bauernkrieg. Mehrere hunderttausend Bauern, Städter, niedere durch Machtzuwachs der Fürsten und Städter verarmte Ritter, arbeitslose Söldner und revolutionäre Geistliche erhoben, sich organisiert und militärisch gegen die alte feudale Ordnung, die Vorherrschaft der katholischen Kirche. Entgegen dem üblichen Verständnis, das ist ja auch was, was man gerne in linken Kreisen immer wieder hört, mit den Pfaffen, die ja grundsätzlich dagegen standen, war es tatsächlich so, dass wirklich viele Dorffahrer den Aufständen positiv gesinnt waren, da ein Großteil der Abgaben, das zähnt an die höheren Geistlichen und vor allem an die Bischöfe floss, die wirklich ja luxuriöse Leben lebten und häufig auch für die damalige christliche Moral absolut verkommen waren. Deswegen macht es eigentlich auch nur Sinn, dass es etliche Dorffahrer gab, die dann sich eher zu den Aufständischen hingezogen gefühlt haben. Und das ist auch ein gutes Stichwort, denn in den Bauernkriegen ging es nicht nur um soziale Fragen, sondern auch um religiöse und es wurde eigentlich einer der zentralen Streitigkeiten in der Reformation selber hier ausgeführt, nämlich der zwischen Luther und Münzer. Luther und Münzer stritten sich während dieses Krieges intellektuell heftig und während Luther eine zuerst ablehnende Haltung gegenüber den Aufständen vertrat, dann eine, die zur Vernichtung der Aufständischen aufrief und dann in der Folge eine, die leichte Kritik an der Niederschlagung formulierte, hielt Münzer auf ganzer Linie entgegen. Im Gegensatz zu Luther stellte er sich nämlich klar auf die Seite der Aufständischen, führte dieser sogar in die Schlacht und predigte in ihrem Sinne eine Mischung aus apokalyptischem Christentum und sozialer Revolution. In der Folge 107 über die Apokalypse haben wir in diesem Kontext auch ausführlicher nochmal über den guten Münzer gesprochen. Generell ist es, wie bei vielen Teilen revolutionärer Geschichte, einiges unklar, gerade auch eben zu dieser frühen Zeit ist die Quellenlage sehr begrenzt und deswegen ist auch schwer festzustellen, wie stark der Einfluss von Münzer wirklich auf die entsprechenden Bauernbewegung war. Was aber tatsächlich sehr gut für diese Zeit erhalten ist, sind die Forderungen der Bauern. Wir haben hier nämlich tatsächlich auch entgegen der Quellenlage zu vielen früheren Aufständen, die wir angesprochen haben, unverfälscht die Forderungen der Bauern erhalten. Dazu muss man nochmal kurz sagen, es gibt aufgrund der räumlichen und ideologischen Zersplitterung mehrere Programme und vertretene Ideen. Aber die zwölf Artikel, die von Bauerngruppen in Memmingen verfasst wurden, waren mit einer Auflage von 25.000 Exemplaren, das muss man sich mal vorstellen, das war wirklich extrem viel für die damalige Zeit, die am weitesten verbreiteten. In diesen wurden umfangreiche Reformen gefordert, nicht ein grundlegendes Aufheben der bisherigen Ordnung, aber ein Einschränken der Macht von Adel und Klerus und eine Verringerung, eine starke Verringerung von Abgaben und auch wieder mehr Rechte in Justiz, auch die Wahl des Priesters vor Ort, eine Beschränkung der bisherigen Jagdrechte des Adels, beziehungsweise die Möglichkeit für Bauern zu jagen und wieder eine Rückführung von Sachen ins Gemeineigentum. Tatsächlich ist das auch eine Originalversion davon noch heute im Stadtarchiv in Memmingen aufgehoben. Da finde ich spannend, kann man auch nochmal so ein bisschen dran sehen, dass es sich in vielen Punkten auch tatsächlich um eine Rückkehr zu vorherigen Rechten handelt. Das ist auch so, wenn man sich diese zwölf Artikel, das könnt ihr auch online mal jetzt natürlich auf ein modernes Deutsch übersetzt durchliest, da kann man auch in dieser Formulierung das immer wirklich so ein bisschen rauswenden, dass es hier auch um eine Rückkehr zu vorher bestandenen Rechten geht. Natürlich mit einer Neuformulierung vom Christentum. Die Bauernarmeen oder auch Bauernhaufen genannt, waren territorial sehr stark aufgeteilt und das mit unterschiedlicher Mannstärke. Sie waren nicht unähnlich zu den Landknechtsformationen den Söldnerherren aufgebaut. Spannend ist, dass es auch demokratische Organisationsformen wie den Ring gab, ein Rad, welcher an der Spitze der militärischen Organisation stand. Ebenso interessant sind auch die Taktiken, die angewendet wurden, wie zum Beispiel die Wagenburg, die vorher schon bei den Hossiten angewandt wurde. Die Bauern verfügten sowieso über Wagen und befestigten diese bei Bedarf als Verteidigung und bauten in der Mitte ihre Artillerie auf. Diese Taktik war dann entsprechend sehr mobil. Das erinnert dann natürlich sehr, sehr stark an Machnos Drive-By-Kutschen, wo die Schwarze Armee in den 1920er Jahren Maschinenpistolen mit Pferdekutschen verbannt. Finde ich auch ganz spannend, wie man da so eine Parallele von einer revolutionären bäuerlichen Bewegung ziehen kann, die dann eben so den Alltagsgegenstand schlechthin nimmt und ihn dann in eine militärische Taktik umwandelt. Das Ganze dann halt 400 Jahre später. Aber an und für sich macht es ja auch total Sinn, weil die Leute hatten halt eben eine sehr, sehr geringe militärische Ausrichtung, waren ja massiv unterlegen, was das anging von der Ausrüstung der Kräfte her. Und dann kämpft man halt mit dem, was man hat und muss halt auch erfinderisch sein, um überhaupt eine Chance gegen professionell ausgebildete Ritter in dem Fall dann zu sein. Ja, tatsächlich muss man da noch dazu sagen, das ist nämlich ein gutes Stichwort mit den Rittern, dass es zu der Zeit schon so war, dass die Ritter, die ja vielfach dann eben als Panzerreiter mit Infanterie dazu für den Adel und den Klerus in den Krieg gezogen waren. Nach und nach die abgelöst wurden eben von diesen Söldnerheeren, diesen Landknechtsformationen. Und das ist auch wirklich was, was sich in Deutschland lange erhalten hat, bis dann eben diese professionellen Armeen aufgestellt wurden, dass viele von den Fürsten vor allem dann eben diese Landknechtsformationen eher immer eingekauft haben, wenn es gerade den Bedarf dazu gab. Aber es waren natürlich nicht minder stark ausgebildete Kämpfer. Ja, und damit kommen wir dann auch zu dem traurigen Part der Niederschlagung, denn nach und nach gab es dann Siege der Fürstlichen Heere über die Bauernhaufen. Es gab da wirklich sehr, sehr viele Gründe, aber hier ist es vielleicht spannend, nochmal einen hervorzuheben, nämlich die Uneinigkeit, welche wohl eine große Rolle spielte. Beispielsweise soll dann bei der Schlacht um Frankenhausen, das sagt man immer so, dass das die größte Schlacht des Deutschen Bauernkrieges war, bei der auch Münzer gefangen genommen wurde. So eher einer der wenigen gewesen seien, der so eine, ja, gesamtdeutsche revolutionäre Perspektive vertrat und die Bauernhaufen, die haben dann häufig eher regional ihre eigenen Interessen vertreten und wollten natürlich dementsprechend dann auch ihre Strategie ausrichten und sich sicherlich dann auch nicht verheizen lassen. Ja, das Ganze ist natürlich ein sehr umfassendes, komplexes und sehr, sehr spannendes Thema unserer revolutionären Vorgeschichte und wer da nochmal ausführlicher das Ganze behandelt haben möchte, dem empfehlen wir bei Fabian Leers Dreiteiler zum Thema oder seiner Broschüre dazu mal reinzulesen. Wir werden auch, er sei an dieser Stelle mal eine kleine Werbung eingeschoben, eine exklusive Postkarte im Nachgang von dieser Folge veröffentlichen und zwar eine kolorierte Form des historischen Bauernkriege-Motivs, wo der Bauer mit der Freiheit, also Freiheit-Fahne im Felde steht, veröffentlichen. Sicherlich etwas sehr einmaliges und gerade auch jetzt zur Weihnachtszeit vielleicht ein schönes Geschenk, was ihr bei uns im Kofi-Stopp ergattern könnt. Ja und damit kommen wir dann auch zu der Zeit nach den großen Aufständen. Hier kam es erstmal zur Rechtsreform im Heiligen Römischen Reich, da gab es auch schon welche vor, aber vor allem nach den Bauernkriegen wurde die Wichtigkeit eingesehen, Bauern die Möglichkeit zu geben, Rechtsstreitigkeiten mit ihren Herren gerichtlich auszutragen. Das war natürlich deshalb wichtig, weil man auch gemerkt hat, revolutionäre Bewegungen bei den Bauern, die können jetzt auch explodieren. Damit wollte man diese dann auch wieder mehr in die feudalen Strukturen einhegen. In dieser Zeit kam es dann auch zur Entwicklung der Bauernrechtsliteratur und Diskussionen über ihren grundrechtlichen Status. Gleichzeitig gab es auch die Alphabetisierung, da immer mehr Dokumente natürlich auch angefangen mit der Bibel, in der deutschen Landessprache veröffentlicht wurden. Es somit auch die Möglichkeit gab, dann Rechtsdokumente in der Landessprache abzuschließen. Beispielsweise damals war es auch gang und gäbe, Verträge einfach in Latein zu formulieren oder selbst wenn man die in Deutsch formuliert hat, war es so, dass die Leute einfach nicht lesen konnten, was sie dort unterschrieben haben. Gleichzeitig haben diese Dokumente natürlich immer eine Legitimation für weitere Unterdrückungen oder Entrechtungen der Bauern gegeben. Ja und zentral bei den Bauern blieb hier die Abschaffung der Leibeigenschaft. Man muss sich das ja auch so vorstellen, die Leibeigenschaftsverhältnisse haben sich in diesem Zug eigentlich nach dem 15. Jahrhundert wieder verstärkt und auch nach dem großen deutschen Bauernkrieg kam es immer wieder zu Aufständen und Reformbestrebungen. Das war wirklich ein langer Kampf bis ins frühe 20. Jahrhundert, wo es dann bis dahin auch noch ein weiter bestehen halb feudaler Strukturen selbst zum Ende gab. Formell hingegen wurde dann in vielen deutschen Staaten die Leibeigenschaft aber so Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem nach den Revolutionen 1848 weg reformiert. Und hier muss man auch nochmal anmerken, ähnlich wie wir das schon vorher bei der Bewegung des armen Konrads gesehen haben, aber auch beim Bauernkrieg, war es auch so, dass 1848 entgegen der häufigen Darstellung als bürgerliche Revolution nicht nur so eine war, in der die Bürger gekämpft haben, sondern vielerorts waren auch Bauern beteiligt. In manchen Gebieten gab es im Zug von diesen Revolutionen explizite Bauernaufstände. Was wir da dann auch sehen können, ist, dass es passend zum Entstehen nationaler Bewegung, weil das war ja jetzt wirklich die Zeit, wo Nationalismus so richtig angelaufen ist, wo Nationalismus eigentlich erst richtig entstanden ist, nach der französischen Revolution, diese nationalistische Prägung, auch immer mehr die religiöse Prägung abgelöst hat. Weil das ist ja was, was wir nicht nur bei den Vorläufern, sondern beim Bauernkrieg auch selber gesehen haben. Das war alles neben den sozialen Forderungen immer stark religiös geprägt. Und hier kommen wir dann eben in die Zeit, wo der Nationalismus die zentrale Ideologie zu den sozialen Fragen dann darstellt. Man muss sich das ja vorstellen, das ist was, was wir in Folge 103 über Grenzen intensiver behandelt haben, dass die Zeit der Kleinstaaterei war. Und hier eben nicht nur die zwischenstaatlichen Konflikte zwischen diesen ganzen kleinen feudalen Staaten in Deutschland die Lebensverhältnisse der Bauern stark belastet haben, sondern diese ständigen Grenzen mit hohen Abgaben eine zusätzliche Belastung für sie dargestellt haben. Ich glaube, wir hatten da auch mal eine Zahl genannt, da könnt ihr noch mal in die Folge reinhören, um das intensiver nachzuvollziehen, dass es über 1000, ich habe 1800 interne Zollgrenzen zu einer Zeit in eben der Zeit der Kleinstaaterei gab. Da ist es natürlich auch nur sinnig, dass diese deutschnationale Lösung damals den Leuten erstmal auch eine Verbesserung ihrer Lebensumstände ganz konkret versprochen hat. Gleichzeitig gab es auch anhaltende Kämpfe gegen und Konflikte um die Sonderrechte des Adels im Jagdrecht. Also auch hier wird wieder eine Forderung und ein Thema aufgegriffen, was eben schon zu den Bauernaufständen eines war. In Sachsen gab es in diesem Kontext teilweise sehr militante Aufstände. Nicht nur waren die Bauern ausgeschlossen von der Jagd, sondern die starke Ansiedlung von Jagdwild sorgte für die Zerstörung auf den Äckern der Bauern. Hier zeigt sich auch ein anderer Konflikt, der zwischen dem nationalökonomisch denkenden Bürgertum und dem alten Adel aufkommt. Die ausgedehnten Sonderrechte, alte feudale Landwirtschaftsstrukturen und persönliche Bereicherungen standen der Modernisierung und dem nationalen Wohlstand im Wege. Es gab also hier eine Periode der Emanzipation von den alten Rechtsstrukturen und einer Zunahme des Wohlstands durch erhöhte Produktivität, gute Absatzmärkte, mehr Möglichkeiten des internationalen Einkaufs und eine kontinuierliche Verbesserung des traditionellen Arbeitsprozesses. Die Abschaffung des Forderismus ist ein komplexes Thema, was wir in unserer Folge 102 über Monarchie passenderweise dann ausführlicher behandelt haben, wenn euch das nochmal genauer interessiert. Ja, und nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Entstehen der modernen deutschen Weimarer Republik und schließlich am endgültigen Ende feudaler Strukturen änderten sich auch die Bauernbewegung. Hier wollen wir den Fokus vor allem auf die Landvolkbewegung setzen. Spannend finde ich hier, da hier viele Aspekte des Wandels ausgemacht werden können. Erstmal dazu, die Landvolkbewegung war hauptsächlich im Norden Deutschlands, in Schleswig-Holstein aktiv und entstand dort aus den speziellen sozialen und ökonomischen Umständen. Man muss sich das so vorstellen, es gab damals die noch zu leistenden Ablösezahlungen, wenn man aus der Leibeigenschaft kommt, das war so eine Art Übergangsmodell, dass eben die Bauern an ihre vorherigen Grundherren Ablöse zahlen sollten. Damit haben sie natürlich häufig alte Schulden aufgehäuft. Diese wurden dann aber durch die starke Inflation und die Entwertung der deutschen Mark eigentlich zunichte gemacht. Das ist ja, sagen wir mal, immer ein Vorteil von massiver Hyperinflation. Gleichzeitig ist aber auch das, was dadurch entstanden ist, dass die Vermögen der Bauern, die sie aufgebaut haben, das gab es ja auch bei manchen und gerade in der Region gab es auch viele schon länger freie Bauern, aufgezehrt wurden. Das alles passierte natürlich dann auch in einem Atemzug mit der Modernisierung der Landwirtschaft und einem hohen Konkurrenzdruck. Denn es war jetzt so, dass die Bauern nicht mehr nur mit deutschen Bauern konkurrieren mussten, sondern es auch eine Öffnung der Märkte nach außen gab. Beispielsweise gab es dann einen hohen Konkurrenzdruck in der Geflügelwirtschaft zwischen polnischen und deutschen Höfen. Und das bedeutete, dass eben um konkurrenzfähig zu bleiben, man hohe Kredite aufnehmen musste, um die Modernisierung der Betriebe voranzuführen und Maschinen einzukaufen. Gleichzeitig kam es dann im Zuge von der Hyperinflation auch bekanntermaßen zu der Wirtschaftskrise und die führte dann zu einem Preisverfall und viele konnten diese Kredite einfach nicht zurückzahlen und somit kam es dann zu einer Teufelsspirale von eben notwendigen, notwendiger Kreditaufnahme und gleichzeitig der Unmöglichkeit, die zurückzuzahlen. Das führte dann eben in vielen Fällen zu Zwangsversteigerungen von den Höfen durch den Staat und gleichzeitig, weil der Staat natürlich weiterhin sein Budget irgendwie halten wollte, zu einer hohen Steuerlast für die Bauern vor Ort. In diesem Zug entstand dann eben die Landvolkbewegung als ein organisierter Widerstand dagegen. Hier sehen wir dann aber leider auch etwas, das gleichzeitig in Deutschland aufkam, nämlich eine gewisse Ausrichtung vieler unterschiedlicher Bewegung, antiparlamentarisch, positiver Bezug auf die alte Ordnung, völkisch, nationalrevolutionär. Man muss dazu sagen, die Bauern damals hatten auch einen positiven Bezug auf die alte Ordnung und waren antiparlamentarisch, weil sie auch einen Bedeutungsverlust von sich selber in diesem modernen deutschen Staat gesehen haben. Gleichzeitig auch jetzt von eben den globalen Wirtschaftskrisen und der globalen Konkurrenz stark gebeutelt waren. Sie sahen also einen Bedeutungsverlust und eine Verschlechterung der Lebensumstände. Hier ist es dann so, dass sie sich so eine Art nationalrevolutionär ähnlich wie der Strasserflügel der NSDAP ausgerichtet haben. Also man sagt da immer so der antikapitalistische Flügel der Nazis gewesen. Gleichzeitig sahen sie sich eben als radikale Interessenvertretung der Bauern. Mit dieser Mischung, die ja auch in Deutschland generell im Aufwind war mit der NSDAP und auch noch kleineren völkischen Gruppen, waren sie in den Parlamenten teilweise recht erfolgreich, aber auch mit einer Militantenmobilisierung. Und hier sehen wir dann auch das Einsetzen von Bombenanschlägen zum Durchsetzen bäuerlicher Interessen. Beispielsweise gab es damals ein recht populäres Lied in Schleswig-Holstein. Herr Landrat, keine Bange, sie leben nicht mehr lange. Heute Nacht um zwei, da besuchen wir sie mit dem Wecker, dem Sprengstoff und der Taschenbatterie. Das zeigt auch, wie breit bekannt diese Bauernbewegung in Schleswig-Holstein zu der Zeit war. Und das zeigt sich dann auch in den Wahlergebnissen, die sie mit den Listen, mit denen sie da angetreten ist, dann auch erzeugen konnte. Es gab dann mit dem Niedergang der Bewegung, weil es gab natürlich intern auch recht viel Zwist dann um die Frage, welchen Weg sollte man jetzt eigentlich gehen? Militant, terroristisch oder parlamentarisch? Und gleichzeitig auch eben Bedeutungsverlust zugunsten der NSDAP. Und deswegen wird auch die Landvolkbewegung als Wegbereiter der NSDAP in den Gebieten gesehen, in denen sie aktiv war. Auch wenn sie dann später von der als Konkurrent entmachtet wurde, das ist natürlich was, was wir sowieso häufig gesehen haben. Hier muss man auch noch sagen, das liegt natürlich auch an der extrem starken antisemitischen Ausrichtung, die auch in den Publikationen stark vertreten wurde. Ansonsten gab es auch von rechter Seite hier und da noch einige größere und kleinere Organisationen, wie beispielsweise der Reichslandbund, der der DNVP, der Deutschen Nationalen Volkspartei nahe stand. Aber wie sah es eigentlich in der Zeit mit dem Sozialismus aus? Ja, die sozialistische Arbeiterbewegung hatte enorme Agitationsschwierigkeiten auf dem Land im Allgemeinen. Das war im Übrigen auch einer der Gründe für das Scheitern der Novemberrevolution 1918. Besonders die Anarchisten versuchten es in der ersten Hälfte der 1920er Jahre mit Siedlungsprojekten. Die gingen meistens auf die Ideen von Gustav Landauer zurück. Die Bakunienhütte, die zwar kein wirklich klassisches Siedlungsprojekt war, sondern eine Schutzhütte bei landwirtschaftlichen Arbeiten der Anarchosyndikalisten, dürfte mit das bekannteste Landprojekt der anarchistischen Bewegung sein, weil es ja auch heute noch existiert und bis heute erhalten ist und übrigens auch sehr zu empfehlen, wenn ihr mal einen Bandeausflug oder sowas machen wollt, ist es ein sehr cooles Projekt. Auch die Ideen der Arbeiterschule, ein Erziehungsprogramm für den neuen sozialistischen Menschen, waren weit verbreitet mit der Kernintention der Aufhebung der Trennung von Hand- und Kopfarbeit. Die Syndikalisten standen im Allgemeinen solchen Siedlungsprojekten weniger offen gegenüber, weil sie sich im Industrieproletariat verankert sahen. Sie lehnten zu viele Berichte über Siedlungen in ihren Organen ab und suspendierten deshalb, um ein Beispiel zu nennen, Anfang der 1920er Jahre sogar einen Redakteur, den Fritz Köster, und ersetzten ihn durch den auch allgemein bekannteren Augustin Soschi. Sie wollten als Gewerkschaft die Landarbeiter als Lohnarbeiter organisieren und nicht als Siedlungsprojektler. Also hier sieht man auch einen klaren Unterschied der syndikalistischen Bewegung zu anderen Teilen des Anarchismus zu dieser Zeit. Anfang der 1930er Jahre gaben sie deshalb eine Beilage im Organ der Syndikalist heraus mit dem Titel Frei das Land. Zu einem größeren Thema wurde die Landfrage erst im Vorfeld des 18. Kongresses der Freien Arbeiterunion Deutschlands 1930. Dazu gab es einige Anträge und strategische Ausarbeitung. Eine Landarbeiterföderation, welche das Organisationsorgan von syndikalistischen Organisationen für einen gesamten Arbeitsbereich ist, bildete sich in der FVUD allerdings nie. Was es hingegen sehr viel gab, ist, dass, ähnlich wie wir es dann auch heutzutage häufiger machen, es gab sehr, sehr viele anarcho-syndikalistische Gruppen, die Ausflüge aufs Land unternahmen, das vor allen Dingen Jugendgruppen, weil die Städte waren, jetzt bei uns im Ruhrgebiet sowieso, oft ein sehr großes Moloch, sehr durchschnitten von der Schwerindustrie und da zog es einfach die Menschen oftmals aufs Land und dementsprechend war das auch ein wichtiges Kulturprogramm der syndikalistischen und anarchistischen Organisationen. Ja, natürlich müssen wir auch diese Niederlage dann des Sozialismus auf dem Lande dann auch in eine Verbindung dazu stellen, dass dann sowas wie die Landvolkbewegung sich durchsetzen konnte und schließlich auch die NSDAP auch in vielen ländlichen Gebieten extrem große Erfolge erzielen konnte. Da gibt es auch tatsächlich Erfahrungsberichte, wo dann anarchistische Genossen damals aufs Land eben gegangen sind für Ausflüge oder so und dann mit Erschrecken festgestellt haben, anhand von unterschiedlichen Faktoren, wie stark dort die Nazis dann auf dem Land schon vertreten waren. Findet man sicherlich sich auch heutzutage ein bisschen drin wieder, dass man eben auf dem Land so schwach vertreten ist und dann ab und zu mal das mitbekommt, was sich da dann halt ausbreitet. Ja, und mit den Nazis, ihrem schließlichen Untergang und dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam es dann auch zu tiefgreifenden Reformen und Änderungen der globalen Wirtschaft. So muss man auch sagen, die Produktivität war absolut im Keller, Infrastruktur auf dem Land zerstört und die Nahrungssicherheit erstmal nicht gewährleistet. Deswegen spielte die Landwirtschaft dann auch eine sehr große Rolle in diesem nationalen Wiederaufbauprogramm, weil Nahrungssicherheit ja den Grundpfeiler einer Nation bildet. Es kam dann in den beiden Teilen Deutschlands zu einem umfangreichen Wiederaufbau im Sinne des jeweiligen Systems. Gleichzeitig kam es auch zu einer Produktivitätssteigerung durch hohe Investitionen, vor allem aus dem Ausland und die Nutzung der Geschenke der chemischen und technischen Industrien. Damit war dann eben auch Produktivität der allerhöchste Leitsatz in der Entwicklung. Und in Westdeutschland war es dann so, dass es nur wenig durch die Bodenreform geprägt war. Es gab da tatsächlich am Anfang auch welche mit Umverteilung, das war recht gering. Dafür aber sehr stark durch die Agrarpolitik und die Subvention der EU-Vorgängerorganisationen und dann auch der EU, wo wir noch deutlich intensiver darauf eingehen werden. In Ostdeutschland hingegen gab es eine Bodenreform, die mit der Enteignung von Großgrundbesitzern über 100 Hektar und kleineren Besitzern mit Nazi-Vergangenheit einherging. Also wenn du als Bauer dann auch mit einem kleinen Hof eine Nazi-Vergangenheit hattest, hast du auch dein Land verloren. Und das ist ganz interessant, das wurde vor allem umverteilt an Neubauern. Viele Geflüchtete aus den ehemaligen deutschen Gebieten im Osten, die ja auch sich vielfach in Ostdeutschland dann angesiedelt haben, und an landarme Bauern zu einem geringeren Teil und schließlich auch zu einem Drittel an die neu gebildeten VEGs. Das waren die landwirtschaftlichen Versionen der VEBs, also der volkseigenen Betriebe. VEG war dann eben volkseigene Güter. Und aus denen entwickelten sich dann auch die dominanten LPGs, die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, in denen dann, anders als bei den VEGs, die Bauern, die die Ländereien zur kollektiven Bewirtschaftung reingaben, das Eigentum an ihnen behielten. Das waren dann wirklich so klassische Produktionsgenossenschaften, während bei den VEGs das Land Volkseigentum war. Volkseigentum aka Staatseigentum im Kontext der DDR. Nach der Wende wurden dann eben diese in die Treuhand, wie so vieles anderes in Ostdeutschland überführt, und es kam zu einem wirklich sehr, sehr starken Beschäftigungsabbau in den Betrieben. Das ist auch dahingehend sehr wichtig, weil in Ostdeutschland zur Wende mit über 10 Prozent mehr als doppelt so viele in der Landwirtschaft als im Westen beschäftigt waren. Das ist auch so eine Zahl, die kommt mir heute, wenn man darüber nachdenkt, ich glaube, aktuell sind es unter 1 Prozent in ganz Deutschland, 10 Prozent, klingt echt massiv für 1989. In beiden Teilen Deutschlands kam es dann eben, oder in einem Wiederverein in Deutschland, kam es dann zu einem Rückgang der traditionellen Familienhöfe zugunsten der großen Betriebe. Gleichzeitig blieb die EU-Agrarpolitik extrem wichtig, für die dem Weltmarkt immer stärker ausgelieferte nationale Landwirtschaft. Und damit kommen wir dann auch im Heute an. Ja, da muss man sich ja jetzt zu Beginn erstmal fragen, der Bauer steht ja im Zentrum unserer Aushandlung heute. Wie wird man in aktueller Zeit denn überhaupt Bauer? Nicht selten stimmt das Klischee, dass man in einen Bauernbetrieb hineingeboren wird. Denn man benötigt entsprechende Fläche, wenn man einen Betrieb führen möchte, und die ist gar nicht so günstig. Gleichzeitig gibt es aber auch die Möglichkeit, eine Ausbildung zum Landwirt zu machen oder ein landwirtschaftliches Studium zu absolvieren. Da ist dann die Frage, sind denn alle, die in der Landwirtschaft arbeiten, klassische Bauern, Joshua? Nein, aber klassische Bauern machen trotzdem noch einen nicht irrelevanten Teil aus. Also wir haben in Deutschland, ich meinte ja gerade schon etwas unter 1 Prozent der allgemeinen Arbeitskräfte sind in der Landwirtschaft tätig. Nebenbei auch eine echt krass schockierend kleine Zahl. Also als ich jetzt das erste Mal in der Vorbereitung auch der Folge nochmal gehört habe, hätte ich es nicht gedacht, dass es so wenig Leute sind. Absolut, vor allem finde ich das nochmal krass, wenn wir auch gleich zu der Landnutzung von Landwirtschaft kommen. Aber erstmal dazu sind 970.000 Arbeitskräfte generell in der Landwirtschaft. Davon sind 46 Familienarbeitskräfte. Also hier könnte man so sagen klassischen Bauern. 29 Prozent sind saisoniale Arbeitskräfte, vor allem aus Rumänien und Polen, die dann bei bestimmten Produkten eingesetzt werden. Wir kennen das vor allem von Spargel, aber auch im Weinanbau ist das relevant. Und 24 Prozent ständige Arbeitskräfte. Also hierbei handelt es sich dann um Angestellte in der Landwirtschaft, die dauerhaft auf einem Hof arbeiten. Ich glaube bei Saisonarbeitskräften ist das so eine Monatsgrenze. Ich meine vier Monate, kann ich mich jetzt auch irren. Gleichzeitig gibt es aber auch noch den Trend zur Landwirtschaft als Nebenerwerb. Das betrifft hier auch allen voran die Familienbetriebe. Circa 50 Prozent von den Familienbetrieben sind Nebenerwerbsbetriebe. So einer ist man dann, wenn man weniger als 50 Prozent des Einkommens durch den Betrieb erwirtschaftet. Der Rest wird dann beispielsweise durch ein Gasthaus, ein Hof, Café, Führung oder auch einfach in anderen Berufen verdient. Was hier wirklich wichtig zu beachten ist, ist, dass es einen extrem hohen Arbeitsaufwand dabei gibt. Weil es sind häufig Leute, die wollen dann aus einem traditionellen Verständnis, vielleicht aber auch, weil sie tatsächlich darauf angewiesen sind, den Hof erhalten, können sich aber nicht darüber ganz finanzieren und müssen anderen Sachen nachgehen. Da zeigt sich eben bei vielen Leuten ein extrem hohes Stresslevel und eine wirklich starke Arbeitsbelastung. Ich finde auch diese Zahl von 50 Prozent einfach echt krass. Da müssen wir dann jetzt auch noch mal über das Land sprechen, was der Bauer bewirtschaftet. Da habe ich ja gerade schon so ein bisschen angeteasert. Dazu hier mal ein paar Zahlen. In Deutschland werden circa 50 Prozent der allgemeinen Fläche des Staatsgebiets für die Landwirtschaft verwendet. Aber gleichzeitig arbeiten nur ein Prozent auf dem Land. Ich denke, das spricht auch für eine sehr hohe Technologisierung dieser Landwirtschaft. Weil das kannst du ja so eine Fläche an Land mit so wenig Menschen im Prinzip kannst du dann ja auch nur bewirtschaften, wenn es halt entsprechende Maschinen und Gerätschaften gibt. Absolut. Ja, und von dieser landwirtschaftlich genutzten Fläche sind dann circa 70 Prozent für den Viehhaltung und ein Prozent für Dauerkulturen. Beispielsweise Baumschulen für Weihnachtsbäume, Obstbäume, Sträucher, Weinanbaugebiete. Ja, und diese landwirtschaftliche Fläche, die schrumpft konstant. Einmal aufgrund des Anstiegs von benötigter Fläche, vor allem für Wohn, Industrie und Betriebe, aber auch im kleinen Maße wegen Freizeitflächen und Fläche, die für den Verkehr genutzt werden soll. Hier muss man auch noch sagen, als ein zusätzlicher Faktor für das Schrumpfen, Thema Energie. Die Nutzung der Flächen als Plätze für flächenintensive Wind- oder Sonnenparks ist ebenso ein Thema. Es wird sich häufig über den Flächenverbrauch von Biogas oder Ethanol-Treibstoff aufgeregt, aber der Ausbau von erneuerbaren Energien bedeutet auch einen sehr flächenintensiven Ausbau von Windparks und Solarenergie. Das Ganze wird vom Staat gefördert und kann deswegen für manche Grundbesitzer oder Bauern attraktiv sein, zum Beispiel Windräder auf den eigenen Feldern aufzustellen. In der Debatte darf natürlich nicht vergessen werden, dass Kohle, Gas und Kernkraft auch zusätzliche Flächen im Abbau des Treibstoffs einnehmen. Das führt dazu, dass die Bodenpreise konstant steigen, aber in einem Maße, das weit über das Schrumpfen der Fläche hinausgeht. Der Preis für Land hat sich von 2006 bis 2020 fast verdreifacht. Die Pachtpreise steigen dabei mit. Ja, und Pachtpreise ist hier ein wichtiges Stichwort, denn das bringt uns zu dem Fakt, dass nur knapp 40 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen auch landwirtschaftlichen Betrieben und Haushalten gehören. Das heißt, dass die restlichen Flächen von denen, die sie beackern, gepachtet werden müssen. Von diesen restlichen 60 Prozent gehören 48 Prozent nicht landwirtschaftlichen natürlichen Personen, also Einzeleigentümern, 10 Prozent Kommunen, Ländern und Kirchen und 1,4 Prozent nicht landwirtschaftlichen Unternehmen. Dabei zeigen sich auch wirklich sehr große regionale Unterschiede. Da haben wir euch auch in den Notes nochmal eine Karte verlinkt. Das finde ich ganz spannend, weil es gibt dann auch beispielsweise so Regionen, in denen dann die Kirche noch ein sehr großer Eigentümer an Ländereien ist, die sie dann trotz Enteignung und Entschädigungszahlung vom deutschen Staat behalten durften. Überall zeigt sich dann aber trotzdem das gleiche Bild. Bauern müssen vor allem pachten und müssen mehr pachten, um wettbewerbsfähiger zu bleiben und zahlen dafür am Ende natürlich mehr. Das führt uns dann auch zu unserem nächsten Punkt, dem Bauernproblem. Zuerst einmal ist wichtig festzustellen, dass Bauern keine einheitliche Klasse sind. Zwar sind alle in der gleichen Industrie tätig, aber es gibt enorme Unterschiede in der Arbeitsweise, den Endprodukten, der bewirtschafteten Fläche und der Art und Weise der eigenen Organisation. Deshalb betreffen die folgenden Probleme die Bauernschaft auch unterschiedlich stark. Da wäre zuallererst die Löhne in der Landwirtschaft. Durchschnittlich arbeiten Vollzeitkräfte in der Landwirtschaft mit 48,8 Wochenstunden von allen Berufsgruppen in Deutschland am meisten, was eine wirklich beachtliche Zahl ist und direkt aufzeigt, unter was für einer Belastung Menschen in der Landwirtschaft stehen. Und das ist dann krasserweise gleichzeitig auch mit einem wirklich vergleichsweise niedrigen Lohn. Bei Angestellten in der Landwirtschaft lag der Lohn nur bei der Hälfte des deutschen Durchschnittslohns. Bei Selbstständigen liegt der Vergleichslohn. Das ist ein Lohn, der jetzt errechnet wurde, da man sich das ja auch so vorstellen muss, die Einnahmen schwanken und man kann das nicht direkt mit einem Lohn vergleichen. Aber dieser Vergleichslohn, der liegt immer noch etwas unter dem deutschen Durchschnittslohn. Hier muss man natürlich bedenken, dass die vielen Nebenerwerbshöhe dann auch mit eingerechnet werden, auch noch zusätzlich Einkommen bezogen werden. Aber man sieht schon, Landwirtschaft als kleiner Hof oder als Angestellter lohnt sich wirklich nicht. Dabei muss man dann auch nochmal einbeziehen, dass es eben auch einen Unterschied gibt zwischen Biobauern und konventionellen Bauern. Denn die Biobauern verdienen nochmal ein ganzes Stück mehr als ihr konventionelles Gegenüber. Und man muss natürlich auch noch bedenken, dass die Saisonarbeitskräfte, die hier nicht bedacht werden, nochmal deutlich schlechter gestellt sind und auch gleichzeitig sozial in viel prekäreren Situationen leben. Ja, weil wenn die generelle Situation für die Landwirte selbst und die festen Angestellten schon eine wirklich prekäre ist, dann ist das ja auch offensichtlich, dass für diese Zeitarbeiter das noch viel dramatischer ist. Ich kann das auch an der eigenen Erfahrung erzählen. Es gab in Bornheim bei Bonn einen größeren Kampf der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft FreiarbeiterInnenunion, die rumänische Saisonarbeiter dabei unterstützt hat, gegen ihre miesen Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Und das war auch wirklich erdrückend, das vor Ort zu sehen, wie die Leute neben den Feldern in so Containerdörfern gehaust haben und einfach das Geld nicht ausgezahlt bekommen haben, wo sie halt Monate für gearbeitet haben. Also tatsächlich sklavenähnliche Zustände unter den Menschen, die da herrschten. Und das sind ganz übliche Praktiken auf dem Land mit diesen Zeitarbeitern und Zeitarbeiterinnen. Dort konnte im Übrigen sehr, sehr viel von der FAU erreicht werden für die Betroffenen. Ich glaube, 100.000 Euro an Lohn mussten dann durch die selbstorganisierten Kämpfe, die von der FAU unterstützt wurden, an die Arbeiter und ArbeiterInnen ausgezahlt werden. Was auch nochmal zeigt, dass selbst in so prekären Verhältnissen es immer möglich ist, auch trotzdem dann noch sein Rechthalt zu bekommen und was rauszuholen. Aber kommen wir nochmal zu den Kleinhöfen zurück, die auch unter unterschiedlichen Problemfeldern leiden. Das Klischeebild des Hofes als Familienbetrieb ist heute weitestgehend nicht mehr aktuell. Tatsächlich war es aber bis in die 1950er Jahre die Norm. Denn anders als Karl Marx und Friedrich Engels es versucht haben vorherzusagen, sind mit der Industrialisierung die Kleinhöfe nicht verschwunden und den großen Unternehmen gewichen, sondern das ist erst viel, viel später eben in den 1950er Jahren passiert. Bis dahin konnten sich die Kleinhöfe auf dem sogenannten freien Markt auch durchsetzen als Organisationsform und waren wirtschaftlich effektiver als die Großbetriebe auf dem Land zumindest eben dann. Aber das bringt uns jetzt auch zu der Frage, warum gab es denn dann ab den 1950er Jahren so ein großes Hofsterben und schließlich zu der Bildung dieser multinationalen Agrarunternehmen, so wie wir sie heute kennen und unter der im Prinzip jetzt das gesamte Land in Deutschland und den meisten anderen Ländern auf der Welt aufgeteilt ist. Ja, eine relevante Entwicklung der 50er Jahre waren die Anfänge der EU-Subvention. Viele von euch kennen vielleicht die Diskussion um die Subvention aus dem Erdkunde oder so wie Unterricht, die Besprechungen dann wie diese den lokalen oder afrikanischen Markt beeinflussen. Aber schauen wir uns doch erstmal an, wie diese eigentlich aufgebaut sind. Und da waren auch echt einige Sachen dabei, die ich gar nicht so darüber wusste. Wenn wir jetzt über die EU-Subvention sprechen, dann sprechen wir eigentlich über die GAP, die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union. Ja, und diese wurde dann auch mit dem Aufbau dieser, damals noch in der Vorläuferorganisation Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, 1957 eingerichtet, um eine gemeinsame Agrarpolitik zu haben, welche die nationalstaatlichen Interventionen gebündelt in eben der Europäischen Gemeinschaft dann umsetzte. Warum war das jetzt zu dieser Zeit wichtig? Westeuropa war zu diesem Zeitpunkt sehr stark von landwirtschaftlichen Importen abhängig. Und gerade mit den aufkommenden internationalen Konflikten war die Nahrungsmittelversorgung über den Weltmarkt ein sehr sensibles Thema. Wir müssen uns das ja auch vorstellen, das war gar nicht so lange nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ja auch die Lebensmittelversorgung teilweise noch sehr, sehr desolat aussah und die landwirtschaftliche Produktivität noch nicht wieder so stark angelaufen war. Gleichzeitig sollten dann auch die Preise stabilisiert werden und die Lebensbedingungen der Landwirte verbessert. Beispielsweise war das dann in Deutschland in den 1950er Jahren noch über 10 Prozent der Bevölkerung, die Zahl, die dann in der Wende in der DDR noch in der Landwirtschaft tätig waren. In den 70er Jahren wurden dann auch schon Überschüsse produziert. Tatsächlich kam es wirklich zu einer schnellen Produktivitätssteigerung mit dem Einsetzen von diesen Subventionen. Man kann hierbei wirklich nicht genug betonen, wie zentral diese Aufgabe der Agrarpolitik für die Europäische Union war. 1982 entfielen 70 Prozent des Budgets der Europäischen Union auf die Finanzierung dieser Agrarsubvention. In den Jahrzehnten gab es dann diverse Reformen und der Anteil ging zurück. Aber aktuell ist es immer noch so, dass 32 Prozent des EU-Haushaltes für Agrarsubventionen draufgehen und damit immer noch den größten einzelnen Kostenanteil ausmachen. Ja, man sieht ja auch direkt, dass es hier um weit mehr als nur eine Versorgungssicherheit geht. Jetzt nicht mehr. Klar, am Anfang ja, aber auch in der ökonomischen Strategie ging es ja, denke ich, dann auch recht schnell um mehr als das. Sondern wenn man halt überproduziert, dann geht es ja auch darum, entsprechende Exporte dann mit Landwirtschaft zu haben. Ja, und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das sehen wir ja auch in verschiedenen Staaten, die immer abhängiger, gerade mit der Fleischproduktion, aber auch beispielsweise mit Getreide dann von der Europäischen Union werden. Das ist auch wirklich ein sehr drastisches Thema. Da könnt ihr euch auch gerne nochmal genauer einlesen. Gerade diese Verbindung zwischen Westafrika und der Europäischen Union und Nahrungsmittelexporten ist wirklich eine sehr, sehr krasse und prekäre imperialistische Geschichte. Ja, man darf es halt nicht vergessen, dass es halt ein wirklich heftiger Punkt der Softpower ist. Wenn mein Land von einem anderen Land abhängig ist, um halt meine eigene Bevölkerung zu ernähren, dann kann irgendwie logischerweise dieses Land, von dem ich abhängig bin, mich sehr gut politisch unter Druck setzen, ne? Absolut richtig. Und ich würde es, glaube ich, an dem Punkt auch Hardpower nennen. Ja, klar. Landläufig nennt man ja Softpower halt alles, was jetzt nicht Waffengewalt ist, ne? Deswegen. Aber an und für sich ist es Hardpower, ja. Das diskutieren wir mal in irgendeinem Livestream hier aus. Ja, über Tage klären sowie Begrifflichkeiten. Aber wie gesagt, ist ja auch das sowie-Thema schlechthin, was wir jetzt besprechen. Wir gehen uns auf diese vorherige Aufdrösung von den Subventionen nicht genauer ein, sondern schauen uns jetzt vor allem mal an, was für die Landwirtschaft heute wichtig ist. Und da gucken wir uns jetzt mal die aktuelle Förderperiode, das wird immer in so bestimmten Perioden gemacht, nämlich 2021 bis 2027 an. Und die bedeutet für die Bauern Folgendes. Erstens ist die Förderung in zwei Säulen aufgeteilt. Die erste Säule, das sind circa 75 Prozent der Finanzmittel. Da werden 70 Prozent für diverse Direktzahlungen genutzt. Also je nachdem, wie viel Land du besitzt, desto mehr Direktzahlung erhältst du. Und im kleinen Rahmen für so Marktinterventionsmittel, man macht so fünf Prozent aus. Das ist dann eher wichtig, wenn man beispielsweise Preise sichern möchte. Und die zweite Säule, das sind circa 25 Prozent, die werden für ländliche Entwicklung eingesetzt. Also da fallen die Umweltmaßnahmen drunter. Und kleine Entwicklungshilfen beispielsweise für Frauen, die in die Landwirtschaft einsteigen möchten. Das ist ja ein Thema, was wir jetzt noch gar nicht so angesprochen haben. Landwirtschaft ist immer noch eine starke Männerdomäne und war ja auch vor allem wegen dem patriarchalen Erbrecht das vor allem sehr lange. Da hat die EU sich irgendwann mal in ihrem liberalen feministischen Geist dann dazu entschlossen, Frauen in der Landwirtschaft zu stärken. Aber auch ein anderes Thema sind natürlich junge Landwirte. Und es gibt dann noch ein paar Förderungen für so entlegene Berggebiete und so was. Ja, aber das heißt, dass 70 Prozent dieser Subventionen gehen einfach nur an diejenigen, die das meiste Land haben. Also wenn ich jetzt besonders viel Land habe, bekomme ich 70 Prozent der EU-Subventionen. Und das ist ja eine automatische Verselbstständigung und Legitimierung und Ausbau von Großgrundbesitz, die rechtlich durch die Fördertöpfe so von oben gewollt und fokussiert ist. Ja, und zweitens ist es so, dass nach jahrelanger Kritik und einer Stärkung grüner Politik in den EU-Staaten, vor allem über unsere geliebten grünen Parteien, es dann zu einer Einführung von mehr Umweltstandards und Verlagerung eines Teiles der Direktzahlung auf Zusatzzahlung für ökologische Anbauflächen kam. Biobetriebe sind hier dann noch ausgenommen. Ich finde, wie du schon angesprochen hast, man sieht wirklich eine ganz klare Gewichtung im Fokus der Subventionierung. Ja, und diese Direktzahlungen, die Flächenprämien sind unfassbar wichtig für die Betriebe. Die machen nach Bundesangaben ca. 40 Prozent des Einkommens eines deutschen Betriebes aus. Und vielleicht muss man da auch noch mal eben kurz die internationale Perspektive aufmachen. Es ist tatsächlich so, dass Landwirtschaft in den meisten Industriestaaten eigentlich inzwischen größtenteils über diese Subventionszahlung funktioniert. Es gibt auch viele Länder, in denen diese Flächenprämien noch viel mehr daran ausmachen, wie viel eigentlich er zum Betrieb einnimmt. Und das entsteht auch aus der großen Abhängigkeit zu den von Unternehmen festgesetzten Preisen zu verkaufen, über die von dem bäuerlichen Betrieb fast keine Kontrolle existiert. Es liegt natürlich auch daran, dass die Nahrungsmittel sonst verkommen. Man kann die nicht lange halten, um irgendwie auf einen besseren Preis zu warten. Es geht eben nur bei manchen Gütern, die dann aufbewahrt werden können. Und deswegen gibt es auch so ein großes Interesse am Beibehaltung der hohen Zahlungen, weil sie eben ganz zentral für die Landwirtschaft geworden sind. Und daraus entsteht natürlich auch so ein bisschen dieser Streit zwischen ökologischer und konventioneller Landwirtschaft, wo wir gleich noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen werden. Aber um euch vielleicht auch noch mal mit einem Beispiel ganz deutlich zu machen, was das bedeutet, dann in der Bevorteilung für große Betriebe, die Vielländereien haben, wollen wir einmal kurz die KTG Agrar und Siegfried Hofreiter als ein True-Crime-Beispiel nutzen. Da können wir jetzt mal die guten Vorsätze aus der True-Crime-Folge selber umsetzen, nämlich revolutionäres True-Crime zu machen. Siegfried Hofreiter, der einstige größte Bauer Europas, größter Agrarunternehmer bis dato Deutschlands, hat nämlich als Berufsbetrüger mit seiner Frau zuerst den Agrarkonzern KTG Agrar hochgezogen, wirklich massiv, massiv EU-Subventionen aus Steuergeldern kassiert. Diese Fläche dann auf kleine Betriebe aufgeteilt, um dann wiederum geringe Abgaben an den Staat zu haben. Trotz alledem, obwohl er, wie gesagt, der größte Bauer Europas war und ein riesiges Agrarunternehmen aufgezogen hat, hat das dann geschafft, das Unternehmen dann an die Wand zu fahren, es dann insolvent wurde und 2016 damit aufgelöst. Interessanterweise ist dieser Siegfried Hofreiter dann nicht zu stoppen gewesen, und das heißt nun mal, das ist eine kleine Fußnote. Er hat nämlich ein Jahr später mit Flexicamper ein Wohnwagenverkaufsportal bis zur Insolvenz 2023 aufgezogen und wieder einmal etliche Kunden um fünfstellige Beträge betrogen. Da haben wir beide, glaube ich, tatsächlich mal eine Toku zugesehen. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass anstatt, dass wir über Siegfried Hofreiter, was Steuergeldraub angeht, sprechen über ein paar Hartz-IV-Empfänger, die mal irgendeine kleine Schwarzarbeit nicht anrechnen, dass das so großkanalisiert wird. Auch genial, dass er wieder ein Unternehmen gründen durfte danach. Ja, aber das ist ja auch für einen gewissen Teil der Kapitalistenklasse ganz normale Konzepte, um halt entsprechend reich zu werden. Muss halt über Leichen gehen, wa? Hat viel Arbeit reingesteckt. Ja, und dazu kommt auch ganz aktuell, dass die Agrarwende unter der Ampel wirklich sehr undurchsichtig und widersprüchlich ist. Generell soll es zum Ausbau der ökologischen Landwirtschaft kommen. Die macht aktuell zehn Prozent der landwirtschaftlichen Fläche aus, soll aber auf 30 Prozent erhöht werden. Das Witzige ist nur, dass es fallende Absatzzahlen von Produkten aus ökologischer Landwirtschaft seit nach Corona gibt, wodurch dann durch diverse Förderungen und Bevorzugungen vor konventionellen Lebensmitteln versucht wird, entgegenzuwirken, beziehungsweise es eine Abschaffung der Mehrwertsteuer für entsprechend aus ökologischer Landwirtschaft produzierte Lebensmittel geben soll. Hier gibt es entsprechende Proteste von Bauernverbänden und Verbrauchern, die steigende Lebensmittelpreise befürchten. Immer wieder im Gespräch ist eine Verringerung der Viehbestände. Es soll zu einer Verbesserung der katastrophalen Haltungsbedingungen kommen. Jetzt soll einmalig eine Milliarde locker gemacht werden für die wichtige Schweinewirtschaft. Für eine tatsächliche Verbesserung der Haltungsbedingungen wären aber circa vier Milliarden jährlich notwendig. Besonders drastisch, da die Viehwirtschaft für die Bauern circa 50 Prozent der Einnahmen ausmachen. Als nächstes großes Problem gibt es Streit um das Herbizid Glyphosat. Dieses steht stellvertretend für den Streit um den Herbizid- und Pestizideinsatz. Die katastrophalen Folgen für Umwelt, Mensch und vor allem den Insektenbestand, der ja drastisch zurückgeht in Deutschland. Da gibt es Studien, die zeigen, dass es in einem Zeitraum von 30 Jahren in deutschen Naturschutzgebieten einen Rückgang von 76 Prozent der Fluginsekten gibt. Und ich möchte anmerken, dass es mir trotzdem zu denken gibt. Denn aktuelle Studien zeigen, dass es noch mehr Rückgang gibt. Die Intensivlandschaft und die eingesetzten Pestizide sind hier die Hauptgründe. Das Problem ist, dass Bauern diese nutzen, um ökonomisch konkurrenzfähig zu bleiben. Und hier gerät die Landwirtschaft mit dem Klimaschutz in ein Konkurrenzverhältnis, welches auch nicht so einfach aufzubrechen ist. Vor allen Dingen nicht mit den Lösungen der Grünen. Das ist natürlich besonders drastisch, weil die Landwirtschaft als Branche besonders stark vom Klimawandel betroffen ist. Denken wir alleine an die Probleme mit Dürre im Sommer und mehr Starkregen an einigen Tagen im Winter, die wir selber jedes Jahr spüren können. Aber das zeigt sich auch in den Studien in der deutlichen Zunahme von Dürrejahren und da vor allem auch regional unterschiedlich mit Ostdeutschland als Hauptleid tragender Region. Das bedeutet natürlich auch, dass mehr künstlich zusätzlich bewässert werden muss oder man technologisch aufwendigere landwirtschaftliche Methoden einsetzen muss. Gleichzeitig ist es auch so, dass manche Produkte gar nicht mehr oder ja bald vermutlich gar nicht mehr produziert werden können. Beispielsweise Eiswein. Habe ich selber mal auf irgendeinem regionalen Weinfest probiert. Schmeckte mir ganz gut. Die Empfehlung sei hier ausgesprochen. Trinkt ihn, solange es ihn noch gibt. Das ist ein Wein, der aus gefrorenen Trauben gewonnen wird, die bis in den Hochwinter am Rebstock gelassen werden. Und das war auch so, dass es lange eigentlich eine Spezialität war, die es vor allem in Deutschland und Österreich gab als einzige Erzeuger. Und durch die milden Winter können aber immer weniger Betriebe überhaupt noch welchen erzeugen. Beispielsweise in Rheinland-Pfalz mit wirklich wichtigen Weinregionen zeigt sich dann der Rückgang von 2021 zu 22 von 152 Betrieben auf 35 Betriebe, die noch Eiswein produziert haben. Andererseits können aber auch neue Produkte angepflanzt werden. Zum Beispiel die Süßkartoffel, die ein absolutes Leibgericht von dem lieben Joshua ist. Das ist ja wirklich jetzt Licht und Schatten für mich, der Eiswein geht, die Süßkartoffel kommt. Ich glaube, wenn man den Eiswein gegen die Süßkartoffel stellt, dann bist du auf jeden Fall eher Team Süßkartoffel. Deswegen dürftest du dich diese Entwicklung erfreuen. Die lässt sich auf jeden Fall jetzt deutlich besser auch in Deutschland anbauen und feiert einen absoluten Siegeszug ja auch auf den Tellern der Deutschen. Und es können jetzt auch einfach immer mehr verschiedene Sorten angebaut werden, die vorher nicht angebaut werden konnten aufgrund der Klimalage. Trotz solcher Nischenmöglichkeiten muss der Klimawandel aber als große Belastung für die Landwirtschaft selbstverständlich verstanden werden, die verbliebenen Kleinhöfe besonders stark betrifft. Es ist hier eine absolute Teufelsspirale, die den Widerspruch zwischen eigentlich notwendigen ökologischen Wandel der Landwirtschaft und den ökonomischen Ansprüchen von Weltmarktkonkurrenz und nationaler Konkurrenz charakterisiert. Dieser Widerspruch zwischen Ökonomie und Ökologie und den einzelnen bäuerlichen Perspektiven der gesamtökonomischen des Staates führt zu dem Gefühl, dass aus der Stadt heraus Politik für die Stadt gemacht wird. Während die Bauern eigentlich das Fundament der Wirtschaft darstellen und am Ende in die Röhre gucken müssen. Und genau das ist der wesentliche Grund für den Kulturkampf, der zwischen Stadt und Land tobt. Ja, das ist ja auch schon was, was wir in unserer 69. Folge Aktivismus auf dem Land und in der kleinen Stadt intensiver besprochen haben. Aber da haben wir ja wirklich eher auch den Fokus auf dieses ganze, diesen ganzen Gegensatzdorf-Stadt gesetzt. Und hier wollen wir eben nochmal den Fokus dann auf die bäuerliche Perspektive legen und uns dann fragen, wie ist es eigentlich? Wie sieht der Bauer sich selbst? Wie wird er auch aus der Stadt heraus gesehen? Da möchte ich eigentlich mit einem recht skurrilen Beispiel beginnen, was aber, denke ich, ganz gut auch aufzeigen kann, wie Bauern sich eigentlich behandelt fühlen und wie sie sich selber sehen. Und dafür muss man gar nicht erst zu den Bauernprotesten nach Berlin oder in irgendwelche ländlichen Gebiete gehen, sondern man muss einfach nur mal in die Kommentarspalte der Dorfrocker schauen, die wohl wie wenige andere Versatzstücke dieser bäuerlichen Haltung gegen den Rest der Gesellschaft in musikalische Gülle verwandeln. Die haben zuletzt vor allem mit Anti-Letzte-Generations-Songs à la Klebt denn der alte Holzmichel noch? Klebt denn der alte Holzmichel noch? Holzmichel ist direkt eingängig. Kann ich direkt mitsingen? Ja, er klebt noch. Ja, auch bei Städtern auf sich aufmerksam gemacht haben. Aber gerade unter den regulären Songs finden sich vor allem zwei sehr ländliche, bäuerliche Haltungen. Also es gibt auch viele Leute, die mit dem Traktorbild dann kommentieren, dass sie selber Bauern sind. Und die schreiben eben, und ich zitiere hier mal direkt Sachen, die ich als Top-Kommentare unter Songs gefunden habe, respektiere uns, denn ohne die Bauern als Fundament der Gesellschaft würdest du hungern. Und die Bauern sind nicht die Bösen. Finde, sie wenden sich eigentlich hier gegen die Zumutungen der modernen globalisierten Welt, welche ihnen sehr viel ihrer Verhandlungsmacht genommen hat. Natürlich hier dann auch mit einbezogen, dass Deutschland jetzt als ein wohlhabender Industrie- und Dienstleistungsstaat auch die Möglichkeit hat, landwirtschaftliche Schwankungen lokal durch globale Importe auszugleichen. Sie wenden sich aber auch gleichzeitig gegen die ganz konkreten Zumutungen für ihre Branche durch die Umweltpolitik der Regierung, die du ja gerade schon angesprochen hast, die tatsächlich auf dem Rücken der Bauern ausgetragen wird. Ihnen dann bei Widerstand dagegen, die sie eigentlich aufgrund ihrer ökonomischen Position formulieren, moralische Vorwürfe macht. Nach dem Motto der rückständige, konventionelle Bauer. Bei diesen beiden realen Punkten ihres ökonomischen Standes sollten wir uns doch auch mal fragen, ob es nicht total naheliegend ist, dass sie eine konservative Haltung gegen Umweltpolitik, gegen die Grünen als Partei und die Klimabewegung formulieren. Das, obwohl es auf lange Sicht jede Grundlage für die Landwirtschaft, für ihren Lebensunterhalt, für das, wofür sie ja auch tatsächlich, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, wirklich Leben vernichten wird. Dann dieser Kommentar zu den Bauern als Fundament der Gesellschaft, was ja letztendlich absolut stimmt, weil an und für sich ist das ja komplett richtig. Klar kann man auch sagen, dass im Prinzip jeder Berufsstand der Gesellschaft, außer jetzt irgendwie Banker oder was weiß ich, irgendwas, was halt jetzt nichts produziert oder im Prinzip keinen Mehrwert für die Gesellschaft erzeugt, ja eigentlich unerlässlich für die Gesellschaft auch ist. Also natürlich ist auch eine Krankenschwester genauso unerlässlich wie ein Bauer. Trotzdem ist es richtig, ändert ja nichts daran, dass es absolut richtig ist. Dieses Fundament, Bauern als Grundlage der Gesellschaft, was in dem Kommentar beschrieben ist, simulisiert auch eine Nähe zur Heimat. Die Verbundenheit mit dem Boden, etwas, das von allen Seiten des politischen Spektrums eigentlich beschworen wird, findet sich schon lange in romantischen Vorstellungen bei sozialistischen Bauernfreunden, aber auch kolonialen Siedlungsbewegungen oder dem Nationalsozialismus. Und das gibt es auch heute eben noch, dass die Bauern in einem nationalistischen Sinne geadelt werden, was sie aber gleichzeitig auch zu einem argwöhnisch betrachteten Teil der Bevölkerung aus einer linksliberalen Sicht der Dinge macht. Ja und etwas anderes, was wir in der Sicht der Bauern auf sich selbst häufig finden und was wahrscheinlich sogar einige von euch auch, die in der Klimabewegung aktiv sind, aber aus größeren Städten kommen, schon selber an den Kopf geworfen bekommen haben. Und das ist nämlich die Nähe zur Natur. Diese existiert natürlich auch wieder realerweise absolut, weil ich glaube, eine naturnahere Beschäftigung gibt es in Deutschland nicht, abgesehen von jetzt, wenn irgendwo im Naturschutz oder so angestellt ist. Und diese wird dann aber vor allem in Bezug auf die Umweltgesetzgebung gerne von Bauern oder auch von ihren konservativen Verbündeten angeführt. Die ökologische Gesetzgebung kommt von den großstädtischen Linken oder aus dem fernen Brüssel und die haben eigentlich gar keine Ahnung von ihrer Umwelt und haben gar nicht diese ganz konkrete, direkte Erfahrung, die der Bauer hat. Zusammengefasst in dem Vorwurf, du hast doch noch nie eine Kugel gesehen. Und diese Leute wollen ihnen dann etwas vorschreiben. Hier kann man ja auch wieder sagen, da sind halt Aspekte dran, die irgendwo auch wieder aus dieser Lebensweltperspektive, einfach aus dem, was die Leute alltäglich sehen und was sie dann auch mal von Leuten aus der Großstadt an den Kopf geworfen bekommen, verständlich und richtig sind. Und vor allen Dingen auch gerade dieser ganze Aspekt von diesem Kritik an irgendwelchen Bürokraten, die halt über die eigene Lebensrealität entscheiden, von der sie halt keine Ahnung haben. Das sind ja Fakten, die halt alle Teile unserer Lebensrealität betreffen. Ja und hier ist es natürlich dann auch, wenn wir drüber nachdenken, da werden wir auch in einer revolutionären Politik am Ende nochmal drauf zu sprechen kommen, auf positive Möglichkeiten von einer zukünftigen Bauernpolitik der radikalen Linken. Aber es ist halt so schade, weil genau da könnte man ja anknüpfen, weil häufig erschöpft sich dann ja auch dieser berechtigte Widerspruch und Widerstand gegen irgendwie dieses von oben aufoktroyieren von so einer Politik von Bürokraten, in die man keine Einsicht hat, die irgendwie über das Leben entscheiden, wo ja eigentlich genau eine radikale Linke, eine anarchistische Bewegung diese antikapitalistische Perspektive reinbringen können, die ja eigentlich die Wurzel von all dem ist. Und da ist dann eben diese Bürokratie, die Großstadt natürlich auch einfach nur ein Ersatzziel, was am Ende des Tages dann auch zu kurz greift, um eben diese Probleme zu beseitigen. Aber bevor wir darauf jetzt eingehen, wollen wir uns dann jetzt anschauen, wie dieser Unmut aus dem Kulturkampf und diese vielen, die Bauern plagenden Probleme dann sich in Bauernproteste umsetzen. Und hier müssen wir zuerst über die Deutschen Bauernverbände sprechen. Dem DBV, dem Deutschen Bauernverband, dieser ist der größte und in ihm sind 90 Prozent der Landwirte organisiert, was wirklich sehr beachtlich ist und was dann auch sehr deutlich für die Macht spricht, die der DBV entsprechend hat. Der DBV ist, was die Agrarpolitik angeht, immens einflussreich und vertritt vor allem die konventionelle Landwirtschaft und die Interessen der Großunternehmer. Gleichzeitig gibt es eine enge Verflechtung zwischen CDU, CSU und dem Verband sowie dem aktuellen Präsidenten. Der aktuelle Präsident hat dementsprechend diverse Verzweigungen in Aufsichtsräte, wie man das von solchen Verflechtungen eben kennt. Und ich finde auch diese Macht, die wird echt gut zusammengefasst von dem, was mal die Landwirtschaftsministerin von 2008 bis 2013 von der CSU wohl mal ihrem Kollegen gesagt haben soll. Nämlich, ich tue alles, was der Bauernverband will. Da ist natürlich klar, dass dann so jemand wie Cem Özdemir, der jetzt Landwirtschaftsminister ist und diese Verflechtung aufbrechen will, was man auch sonst von diesem Typen halten mag, keine einfache Aufgabe vor sich sieht. Ja, ich glaube, selbst wenn er es wollte aus seiner Position. Ja, es gibt auch noch neben dem natürlich absolut dominanten DBV ein paar kleinere Verbände. Hier ist vor allem für uns interessant und auch für den Protest, den wir gleich ansprechen werden, der ABL, oder die ABL, die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V., welche sich eigentlich als Opposition für ökologische Landwirtschaft gegen den großen DBV sieht. Oder einfach auch noch genannt der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e.V. mit der unscharmanten Abkürzung BDM, welcher aus einer Kritik an fehlender Vertretung der Milchwierte, die ja in vielerlei Hinsicht noch mal besonders hart in der Landwirtschaft getroffen sind, im DBV sich dann gegründet hat. Ja, diese Verbände sind nicht nur zentral für parlamentarische Vertretungen, sondern auch für den Protest. Da finde ich es erstmal ganz spannend anzumerken, auch wenn ich so an mich selber denke. Ich habe immer wieder davon gehört, dass es diese Bauernproteste gab und ich weiß auch noch, mein damaliger Fahrlehrer, der war selber Jäger und hatte irgendwie auch so einen bäuerlichen Bezug und der hat mir ständig, immer wenn wir diese Fahrstunden haben, wenn er nicht Hass auf die Grünen hatte, von diesen Bauernprotesten erzählt, die häufig auch aus einem Hass auf die Grünen entstanden sind, davon erzählt und ich habe das auch in den Medien häufiger mal mitbekommen, wie diese Traktorenkolonnen dann, die in Berlin irgendwas blockiert haben oder da rumgefahren sind, aber ich muss auch selber sagen, ich habe das häufig irgendwie, ich weiß nicht, das war nicht so ein Protest, wo ich mich direkt drauf beziehen konnte. Ich habe auch das Gefühl, das ist was, was ich in der Gesellschaft häufig wiederfinde. Es gibt die Leute, die entweder so richtig drin sind in dem Thema Landwirtschaft und da auch so einen positiven Bezug drauf haben, vielleicht auch aus einer ländlichen Perspektive, aber es gibt auch super viele Leute, die trotz ja häufig der Radikalität auch dieser Proteste, das eher als so ein skurriles und schwer zu verstehendes Ding ansehen oder das gleich direkt verteufeln, das habe ich auch schon häufiger von Linken gehört, ah, die Bauern protestieren irgendwo in Berlin, da muss das ja irgendwas Reaktionäres sein. Wo dann wieder diese sich durchziehenden Vorurteile gegenüber der Bauernschaft deutlich werden, aber deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns jetzt nochmal ganz konkrete Aktionen, die stattgefunden haben oder stattfinden und Bündnisse einmal anschauen, was es da so gibt. Und da wäre als erstes das Aktion Grüne Kreuze zu nennen, was vielleicht etwas ist, was man schon häufiger mal gesehen hat, wenn man auf dem Land unterwegs war. Das Ganze läuft seit 2019 und dort werden Grüne Kreuze, die das baltige Hofsterben darstellen sollen und als Widerstand vor allem gegen mehr Umweltauflagen und Bindungen dieser an EU-Subventionen aufgestellt. Auch symbolisieren diese moralischen Widerstand gegen fehlenden Respekt gegenüber der Bauernschaft. In diesem Zuge von den Grünen Kreuzen kam es auch zu Bauernprotesten in Berlin. Das nächste wäre Via Campensina. Es ist ein internationales Kleinbauernbündnis mit einem kleinen deutschen und österreichischen Ableger, der versucht, antiemprealistische und ökologische Perspektiven zusammenzubringen. Und insofern gerade aus unserer Perspektive ein sehr spannender Anknüpfungspunkt wäre, den es sich genauer anzuschauen gilt. Ja, der stärkste Ausdruck der linken und ökologischen Bauernbewegung sind die Wir-haben-es-satt-Demos in Berlin, bei denen verschiedene Verbände und Umweltschutzgruppen teilnehmen und die teilweise bei der jährlichen Großdemo Zehntausende auf die Straße bringen. Wobei hier muss man auch noch dazu sagen, nicht wie bei den regulären Bauern-Demos so viele selber als Landwirte dabei sind. Aber beispielsweise die ABL, die wir am Anfang ja schon angesprochen haben, der Ökologische Landwirtschaftsverband ist da auch stark mit dabei und wie gesagt diverse bekannte Klimaschutz-Umweltschutzgruppen. Spannend ist es hierbei dann auch noch auf die eher konservative bis rechte Seite zu schauen. Da ist Landschaftverbindung recht interessant, denn das ist ein neu entstandenes Bündnis mit auch größeren Demos, die schon veranstaltet wurden und Lichterfahrtaktionen, bei denen beleuchtete Traktoren durch Orte fahren. Das sollte auch während Corona so als so ein Hoffnungssymbol von den Bauern fungieren. Das ist tatsächlich auch was, was ich schon mal selber im Münsterland gesehen habe. Ja und die verstehen sich als eine konservativere und dynamischere Opposition mit ähnlichen Themen, wie sie auch der DBV vertritt. Es ist glaube ich auch so, dass die WhatsApp- oder Telegram-Gruppen, die aufgemacht haben, auch schon recht schnell 100.000 Mitgliedern hatten und auch im Internet ist das Ganze halt recht aktiv. Dazu muss man sagen, wie gesagt rechtskonservativ als Ausrichtung kann man sicherlich hier so ansetzen, aber es gibt auch einen starken internen Richtungsstreit über die politische Ausrichtung. Es wird beispielsweise immer wieder gesagt, dass AfDler von den Veranstaltungen rausgeschmissen werden, aber beispielsweise gab es auch eine Aktion am Holocaust-Mahnmal, am Holocaust-Gedenktag, wo die Leute dann mit einer Landvolkfahne aufgetreten sind. Wie gesagt, mit Landvolkfahne meine ich wirklich die Fahne von dieser Organisation, die wir am Anfang in der Geschichte angesprochen haben, diese eher nationalsozialistisch ausgerichtete Bauernbewegung. Und das wurde dann von einem CSU-Abgeordneten stark kritisiert, von einem CSU-Abgeordneten, der extrem starken Internet-Backlash dann dafür von den Leuten bekommen hat, wirklich auch Hassnachrichten und auch Parolen vor Ort dann gegen ihn gerufen wurden. Trotz solcher Sache, man darf nicht die ganze Bewegung jetzt als rechtsradikal charakterisieren, sondern wie gesagt, es gibt da eine interne Richtung Streit und ich finde das von außen auch gar nicht so hundertprozentig klar auszumachen. Was man aber hier sieht, ist, dass es jetzt auch eine deutlich dynamischere und diverse Online-Bewegung als so neuen Bauernprotest gibt. Sicherlich hat das auch was damit zu tun, dass viele von den Leuten, wenn man sich das so anschaut, auch in Niederlande mit der neuen Bauernpartei blicken und da auch so ein bisschen sehnsüchtig schauen, was vielleicht als rechter Aufstand hier auch in Deutschland möglich wäre. Aber da muss man sich ja jetzt auch fragen, warum ist es so schwer, für Linke hier Anschluss zu finden? Ich glaube, da können wir als erstes festmachen, dass es sich bei den Leidtragenden oft um Familienunternehmen handelt, die häufig auch in der Art und Weise ihrer Aufstellung, wie wir am Anfang gesagt haben, sehr unterschiedlich ausgerichtet sind. Dass ich hier also wirklich nicht, wie bei einem Betrieb, um trotz aller stärkeren Arbeitsteilung und Verteilung von irgendwelchen eigentlich nichtssagenden Titeln und kleinen Privilegien, um eine sehr fragmentierte Gruppe an Leuten handelt. Sie vor allem direkt für ihren Betrieb versuchen, bessere Bedingungen durchzusetzen und diese dann auch sehr stark an diese Prämien von der EU geknüpft sind. Sie, je nachdem was sie anbauen, auch häufig selbst ausbeuterisch handeln, wenn sie bei Spargel, Erdbeeren, was auch immer, Erntehelfer anstellen. Und jetzt in der Frage der Umweltgesetzgebung, wie wir vorher auch schon gesehen haben, ihr wirtschaftlicher Erfolg in Widerspruch mit der aktuellen Umweltpolitik steht und es deswegen auch für viele in der Klimabewegung, aber auch für die Bauern selber schwer ist, da einen gemeinsamen Nenner zu finden. Wie wir auch im Kulturkampf jetzt gesehen haben, aber auch in dem, wie man häufig selber drauf blickt, sie als tendenziell eher konservativ bis reaktionär angesehen werden. Kommen wir zum Abschluss unserer heutigen Folge zum letzten Punkt und zwar der revolutionären Bauernpolitik. Denn wir wollen natürlich wie meistens zum Abschluss auch noch unsere Perspektive und Gedanken zu unserer eigenen Sichtweise und unserem eigenen Weg äußern. Und hier möchte ich noch mal allgemein erstmal auf den Anarchismus und die Bauernschaft eingehen, da historisch gesehen, der Anarchismus doch sehr bedeutsam innerhalb der sozialistischen Familie bei der Bauernschaft vertreten war. Und das lag, denke ich, daran, dass die Bauern immer gleichberechtigt zu den Arbeitern in der städtischen Industrie gesehen wurden. Die Bauern waren im Anarchismus keine Randgruppe, sondern ihnen wurde immer das revolutionäre Potenzial zugeschrieben, welches sie auch besitzen. Und die Wichtigkeit ihrer Rolle für die Ernährung der Gesellschaft, die ja auch die Bauern heutzutage hervorheben, wurde immer herausgestellt. Denn ohne die Bauern geht es nicht. Wir haben ja auch in unserer Folge 100 über unseren Weg zur Revolution, über die Wichtigkeit der Ernährungssicherheit im Transformationsprozess gesprochen. Wenn also im Kontext einer Revolution die Menschen hungern, dann hast du direkt verloren und kannst eigentlich die Flinte ins Korn werfen, weil dann werden auch die Menschen sich nicht mehr an der Revolution beteiligen, wenn sie dann unter so einer Situation so massiv leiden. Und das ist auch ein Unterschied zum Marxismus, wo ja explizit gesagt wurde, dass die Weiterentwicklung vom Feudalismus hin zum Kapitalismus überhaupt erst die Grundlage für eine Revolution darstelle. Solch ein eingefahrenes Revolutionsverständnis hat der Anarchismus nie gehabt. Es ging ja sogar so weit, dass es in Marxismus so abschätzige Blicke auf die Bauernschaft gepflegt wurden. Stichwort, und das ist jetzt ein Zitat, was ihr vielleicht auch kennt, die Idiotie des Landlebens, wie es Karl Marx auch mal formuliert hat. Dennoch muss man auch dazu sagen, dass der Marxismus natürlich auch relevante und wichtige Analysen zum Verständnis der Landwirtschaft geschrieben und geliefert hat, selbst wenn nicht alles in Erfüllung ging, wie ich das ja im früheren Teil von der Folge schon erwähnt hatte. Und der Anarchismus war eine Massenbewegung, schon bevor es den Marxismus überhaupt gab. Und zu dem Zeitpunkt waren die Gesellschaften viel bäuerlicher geprägt. Viele der anarchistischen und anarchistisch geprägten Revolutionen hatten einen bäuerlichen Charakter, wie in Mexiko mit Zapata oder in der Ukraine mit Machno. Beide waren Bauern, wodurch auch die Verankerung des Anarchismus in der Bauernschaft gesteigert wurde, weil es eben auch bedeutende Anarchisten gab, die selber Bauern waren und diese Lebensrealität entsprechend geteilt haben. Es gab keine anarchistisch geprägte Revolution, welche nicht zumindest auch auf die Bauern gesetzt hat. Marxistische hingegen gab es durchaus, die in Städten sehr stark waren und das Land manchmal, sicherlich nicht immer, sogar gegen sich hatten. Hier möchte ich auch nochmal einen weiteren Unterschied hervorheben, wo halt in realsozialistischen Ländern eben über die Zwangskollektivierung gearbeitet wurde, die dann im klaren Gegensatz der freiwilligen Kollektivierung, wie es der Anarchismus vorsieht, steht. Und wenn man das eben auf auch so bäuerliche Werte, die dann halt auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen idealisierend sind, überträgt, wo man dann der Bauernschaft so eine Ungezähmtheit, so eine Unabhängigkeit, auch so eine Form der ländlichen Solidarität und Kollektivität zuschreibt, da muss man auch sagen, das passt auch speziell auf so einen historischen Anarchismus sehr, sehr gut, aber sicherlich auch in Teilen heutzutage ist es auch noch anschlussfähig. Mit der abgeschlossenen Industrialisierung, der generellen Schwäche des Anarchismus nach 1945 und vor allem dem Zurückdrängen der Bauernschaft generell, wie wir sie beschrieben haben, also mehr große Städte etc., verlor auch der Anarchismus seine Bedeutung in der Bauernschaft und heutzutage gibt es leider nur noch einen sehr geringen Einfluss. Obwohl es im historischen Anarchismus, denke ich, viel Schrift und Potenzial gibt, was es auch wieder herzustellen gilt und was auch für unsere heutige Situationen und die der Bauern weiterhin eine gewisse Relevanz besitzt. Ja, und das, was du jetzt ausgeführt hast, das zeigt mir auch wieder, woran wir eigentlich anknüpfen müssen als revolutionäre Bewegung. Wir haben eigentlich eine sehr starke anarchistische, historische Basis, auf die wir aufbauen können und wir haben auch mit dem, was wir in der Geschichte besprochen haben, auch eigentlich eine wirkliche Geschichte, einen Mythos der revolutionären Bauernbewegung, an die man anknüpfen sollte. Und das ist, glaube ich, wirklich was, wenn man das verbindet, haben wir ein richtig, richtig starkes historisches Fundament hier als anarchistische Bewegung in Deutschland. Und ich glaube auch, dass aus einer modernen Perspektive wir eigentlich total viel zu bieten haben, gerade mit dieser starken Kritik an Staat, aber auch an Europäischer Union, die ja eigentlich auch die jetzigen Bauernproteste charakterisiert und dann eben mit dem Dazugeben von auch einer antikapitalistischen Perspektive, die, wie wir gesehen haben, ja zentral ist, um nicht in so ein, ja einfach nur notwendig in eine reaktionäre Bewegung zu verfallen, dass die Bürokratie aus Brüssel schreibt uns alles vor und der Staat ist jetzt schuld an dieser Misere und sich einem damit in den Teufelskreis von, ja nicht einer wirklich durchdringenden Kritik und Widerstand gegen die Zumutungen, die den Bauern entgegengeworfen werden, zu wehren. Da ist es ganz wichtig, dass wir eben die aktuellen Probleme in unserer Analyse mit einbeziehen und vor allem nicht nur hoffen, dass kleine Modellprojekte von solidarischer Landwirtschaft die große Politik ersetzen können. Wobei ich auch denke, dass hier vielleicht dann auch schon regionalere Landwirtschaft wieder so ein bisschen vorgelebt werden können und faire Preise direkt erzielt werden können. Das ist ja so ein Projekt mit Abnahmegarantie von Verbrauchern mit Einbezug in die landwirtschaftliche Praxis, die glaube ich auch schon, ja so ein bisschen zeigen können hier, Landwirt und Verbraucher werden wieder näher einander geführt, aber auch wenn solche Sachen immer schön sind, ist glaube ich das wirklich Wichtige, dass die anarchistische Bewegung, aber auch die radikale Linke generell es schafft, überhaupt wieder Zugang zu diesen Bauernprotesten zu finden und sich auch nicht davor scheut. Wir haben ja wieder hier einen Fall, es ist eine große Bewegung, es bewegt viele Leute und wir sehen ja jetzt auch mit dem Landschaft Verbindung und gerade wenn wir in die Niederlande blicken, auch wenn die andere Zustände dort natürlich haben, was die Landwirtschaft angeht, dass es immer noch super viele Leute bewegt. Dass wir uns nicht einfach nur wieder davor scheuen, es gibt hier einen starken rechten Einfluss da drin, es gibt einen starken konservativen Einfluss und wir ziehen uns einfach wieder zurück, wir finden da keine Anknüpfung, weil ich glaube diese Bauernproteste, ich glaube dieses ganze Thema Landwirtschaft wird weiterhin zentral dafür bleiben, dass wir es auch schaffen, aus den Großstädten rauszukommen, auf das Land zu gehen und dort auch konsequente revolutionäre Kämpfe führen. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, kommen wir zum Ende unserer heutigen ausführlichen Folge zu diesem Thema, was wir bisher so gut wie gar nicht beleuchtet haben. Ich fand, es war ein sehr, sehr spannender Einblick, auch für uns persönlich. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, wir haben uns damit viel beschäftigt. Im Vorfeld der Folge sind dann tiefer eingetaucht in die ganze Thematik, das hat uns das auch selber näher gebracht und auch Lücken von uns geschlossen. Eine Lücke, die auch in unserem Coffee-Shop ja wunderbar geschlossen wurde, jetzt durch die Postkarte zu den deutschen Bauernaufständen, die solltet ihr, wenn ihr schon diese ganze Folge euch bis jetzt zum Schluss angehört habt, auch auf keinen Fall verpassen. Die ist wunderschön geworden. Mit diesem würdigen Abschluss würde ich dann auch sagen, Glück auf. Glück auf. Nicht so schnell weg von hier. Wenn du denkst, dass linke, libertäre oder anarchistische Positionen eine stärkere Stimme brauchen, dann überlege, uns zu unterstützen. Das kannst du ganz einfach machen, indem du diese Folge verbreitest. Pack uns auf deinen Social Media Kanal, erzähl deinen Freundinnen von unserem Projekt, von unserem Podcast, von unseren Videos. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, dann unterstütze uns doch einmalig über PayPal oder werdet zum über Tage Ultra und komm in unsere Ko-Fi und Patreon-Community. Denn deine Hilfe ermöglicht dieses Projekt. Außerdem sind wir bei der Vorbereitung dieser Folge noch auf ein paar spannende Sachen gestoßen, die sich ebenfalls mit dem heutigen Thema auseinandersetzen. Diese wollen wir dir noch mit auf den Weg geben. Als erstes wären das zwei Podcasts ganz passend zu unserer heutigen Folge von Fabian Lehr auf Spotify und YouTube zu finden. Das ist einmal der Dreiteiler zum Deutschen Bauernkrieg, den wir schon im Geschichtspart angesprochen haben, wo ihr euer Wissen dazu wirklich intensiv vertiefen könnt und der euch wirklich ans Herz gelegt sei. Und zweitens eine Folge über die Entwicklung des Feudalismus und das Leben der Bauern im Mittelalter. Und der Titel hier verrät auch eigentlich schon den Inhalt, dass es eine extrem spannende Ergänzung dazu, um sich nochmal anzuschauen, wie haben die Bauern damals gelebt. Als zweites eine Empfehlung vom lieben Helge Döring von der Syndikalismusforschung, der uns bei dieser Folge mit seinem historischen Fachwissen unterstützt hat. Und zwar die anarcho-syndikalistische Landarbeiteragitation in Deutschland von 1919 bis 1933 von Ulrich Linse. Das ist leider nur noch antiquarisch zu finden, aber wenn ihr tiefer eintauchen wollt in die historisch-anarchistische Landarbeiteragitation, ist das euer Aufsatz. Dann ein wirklich spannendes Interview auf der Grüne Liga. Eine Webseite, die auch generell zu empfehlen ist. Die braucht zwar etwas länger zum Laden, weil sie anscheinend in Nordkorea gehostet ist, aber das Warten lohnt sich. Denn ihr findet dort ein Interview mit dem Agrarwissenschaftler Ono Poppinger zum Thema Sind Bauern rechts? Dort haben wir auch einige unserer Informationen für den heutigen Podcast herbezogen. Und als letztes sah ich noch eine Dokumentation ans Herz gelegt, um in das Leben der Bauern einzutauchen. Denn wer eine revolutionäre Bewegung aufbauen will, muss auch seine revolutionären Subjekte kennen. Das ist die Dokumentation Hermann und das Liebe Vieh. Die findet ihr auf YouTube. Und das ist wirklich ein Dokument deutscher Geschichte. Das ist das mühsame Leben des letzten Bauern von Hannover Limmer, der um ihn herum wachsenden Stadt zerreckt. Das nächste Mal bei Übertage hört ihr uns übernächsten Sonntag. Und wir sehen euch im Livestream am Mittwoch. Und wir sehen euch im Livestream Amartikel ab. Und wir sehen euch im Livestream Amartikel fest. Das ist das Republic Sayung am Mittwoch. Und wir sehen euch im Livestream Amartikel insisations cooles den bloßen. Und wir seçen euch einenioneurb DOEU und wir sehen euch im Simone